Anno 2205 ist kein richtiges Anno. Ich denke, das ist keine allzu gewagte These, aber bevor hinterher doch Leute Fackeln nach mir werfen und Steine anzünden, will ich das doch nochmal ganz kurz ausführen. Denn Anno 2205 wird häufig von Fans auseinandergenommen, wird kritisiert, weil es einfach mit grundlegenden Mechaniken bricht. Zum Beispiel, während der Steam-Sound hier im Hintergrund losgeht, dass Produktionen auf der Karte nur noch in Bilanzen gemessen werden und nicht mehr vom Transport zum Warenhaus hin und wieder zurück. Oder auch zum Beispiel, dass wir keine Kampagne haben, sondern diese Kampagne in ein Endlosspiel integriert wurde. Karten zwar fünfmal größer sind als in jedem Anno davor, allerdings auch fest definiert. Dort keine Gegner unterwegs sind, die Inseln besiedeln, kein Schiffskampf auf den Karten stattfindet, sondern auf separaten Karten komplett ausgelagert ist und dass es sich allgemein einfach nicht wie ein Anno anfühlt. Und ich würde auch mit der These gehen, ja, es ist kein Anno. Definitiv nicht. Aber es ist kein schlechtes Aufbauspiel. Und jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich definitiv lünchen. Aber lasst mich darauf jetzt eingehen, wenn wir gleich mal in das Spiel reingehen, in Anno 2205. Denn für mich ist es wirklich in dem, was es macht, ein, ja, gut durchschnittliches Aufbauspiel. Ich glaube, die Gamester hat sogar eine 84 damals vergeben, 2015 bei Release. Ich würde es eher im 70er-Bereich sehen, so bei einer 74, 10 Punkte ungefähr weniger, weil es halt doch schon schöne Aspekte mit reinbringt. Und versucht, diese auch weiterzuarbeiten, allerdings dadurch, dass das ganze Spiel ein bisschen entschlackter ist. Aber genau aus diesem Punkt gibt es zwei Sachen für mich, die ich besonders in diesem Spiel hervorheben möchte. Das erste ist, wir kritisieren ja immer wieder Studios dafür, dass sie nicht innovativ genug sind. Hier in Anno 2205 haben sie es versucht, innovativ zu sein. Das ist aber so dramatisch nach hinten losgegangen, weil sie so sehr an den Grundmechaniken rumgewurschtelt haben, dass es einfach nicht mehr gezündet hat. Der zweite Punkt ist, was hier natürlich eine besondere Erleichterung ist, es ist weniger komplex, beziehungsweise weniger komplex zum Einsteigen und wird nach hinten hinaus dann eher in diese Anno-Komplexität hineinführen. Ihr seht ja bei Anno 1800, wozu es geführt hat, dass es uns komplett erschlägt. Aber für Anno 1800 war das hier tatsächlich das Vorbild mit den verschiedenen Welten, auf denen wir unterwegs sind. Verschiedene Karten, die sich so gesehen dann zu einer großen Karte verbinden, auf denen wir verschiedene Produktionselemente hier hinterher durchführen werden. Wir haben alle DLCs aktiviert. Ich habe mich auch schon mal eingespielt, wie ihr seht. Wir werden allerdings einen kompletten clean Start machen. Wir werden also eine neue Firma jetzt gleich gründen und uns mal anschauen, was denn Anno 2205 ausgemacht hat und Anno 2205 auch geprägt hat, nachdem es mit 2070 ja schon einmal das Zukunftssetting angehauen hat. Und ich glaube, und das will ich auch nochmal sagen, das Zukunftssetting ist, glaube ich, wirklich nicht das Problem mit 2205. Es ist wirklich das Problem mit den Gameplay-Mechaniken. Naja, im Vorfeld möchte ich euch noch eine Sache sagen. Und zwar, das hier ist das Format Zeitlos. Gute Games von gestern, bei denen wir uns im Moment die Anno-Reihe angucken. Das hier wird allerdings das letzte Video der Anno-Reihe sein, weil wir 1800 vorher schon angeschaut haben, weil das hier unser erstes Projekt war. Das heißt allerdings auch, dass wir uns dem nächsten Projekt widmen werden, bei dem ihr mit einer großen Teilnehmerzahl abgestimmt habt. Und es wird Siedler werden. Ich weiß nicht, ob es nächsten Freitag direkt weitergeht oder danach den Freitag, aber das nächste Projekt der Zeitlos Gute Games von gestern Reihe wird die Siedler werden. Von Siedler 1 bis hin zu Siedler Neuer Allianzen. Ich freue mich tierisch auf dieses Spiel. Aber davor sind auf jeden Fall viele gute Spiele. Das heißt also auch, genießt jetzt nochmal, wenn wir in 22.05 rein starten. Und wenn es euch gefällt, denkt immer dran, komplett kostenlos, gebt gerne einen Daumen nach oben, weil das unterstützt dieses Video enorm. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jeder Daumen unterstützt, auch wenn ihr ihn runtergebt tatsächlich. Aber nicht runtergeben. Wir fangen mal mit einer neuen Firma an. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Ihr seht schon, was unser Ziel hier drin ist. Wir wollen ins Weltall aufbrechen. Wir wollen uns Richtung Mond begeben und dort dann eine Mondbasis schaffen. Das ist eines unserer Ziele, die wir hier drin verfolgen, in dem Endlosspiel mit drin, bei dem die Kampagne halt wie gesagt automatisch mit eingebaut ist. Was mich auch nochmal an dieser Stelle interessieren würde, während wir hier die Ranger GmbH und CoKG aufmachen, ähm, Ranger GmbH und CoKG, äh, CoKG, wie schreibe ich das denn? Ach, wir dürfen keine Sonderzeichen bringen. Die Ranger GmbH machen wir einfach, die Ranger GmbH. Was mich sehr interessieren würde, schreibt mir mal bitte in die Kommentare rein, was euch an 22.05 gestört hat. Oder vielleicht, was auch gut war, vielleicht gibt es ja Fans unter euch da draußen. Fans, gebt euch bitte zu erkennen vom Titel und diejenigen, die was zu kritisieren haben, schreibt mir gerne, warum es bei euch so kritisch gewesen ist. Ja, klar, natürlich, gar kein Problem. Da habe ich mir nämlich auch schon eins ausgedacht und zwar diese Möhre. Diese Möhre repräsentiert eigentlich die Ranger GmbH perfekt. Denn tatsächlich haben wir nach oben hin eine kleine Krone, die zeigt, wie erleuchtet wir sind als unser Unternehmen. Aber nach unten hin wächst es noch viel tiefer in die Wurzeln. Ist stark verankert. Sie lässt sich zwar rausziehen, aber nicht brechen, bis jemand mit einem starken Gebiss kommt. Ja. Ich habe die Rübe jetzt übrigens spontan gewählt. Also da gibt es keine tiefere Hinweise. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt. Sie sind sogar willens, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Jetzt sehen wir auch schon das erste Mal, dass wir keine prozedural generierten Karten mehr mit dabei haben. Sondern vordefinierte Kartensets. Sechs vordefinierte Karten, die wir als Startsektor wählen können. Die uns verschiedene Bonusse bringen oder auch Malusse bringen können. Die auch verschiedene Schwierigkeiten haben, die wir hier hinterher sehen. Die uns vor anderen Herausforderungen setzen und dadurch den Wiederspielwert mit reinbringen wollen. Die auch jeweils Besonderheiten mit dabei haben. Zum Beispiel hier gibt es das Projekt Geschäft mit dem Damm. Finden Sie heraus, warum die drei alten Dämme gebrochen sind. Und bauen Sie sie wieder auf, um Energie zu produzieren. Oder hier unten erfüllen Sie den letzten Wunsch eines alten Freundes und bergen Sie seine versunkenen Schätze. Diese Punkte könnten wir uns hier alle angehen. Könnten wir uns hier alle ansehen. Wir werden anfangen mit dem standardmäßigen Wallbrookbecken. Und werden mal gucken, warum die Dämme denn dann hinterher gebrochen sind. Und wir haben immerhin den Vorteil, starke Strömung. Die Produktionsrate ist insgesamt um 20% erhöht. Fast fertig. Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. Ihr habt denen die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad auszuwählen. Hier gibt es auch im Gegensatz zu allen anderen Anus einen vierten Schwierigkeitsgrad. Nämlich Veteranen, wo Perfektionisten ihren Meister finden. Wir können aber auch, wenn wir wollen, auf erweiterte Einstellungen gehen. Und uns dann komplett nochmal im Einzelnen anschauen, was wir denn da machen wollen. Hoppala. Wir werden allerdings die Fortgeschrittene nehmen. Also Startkapital 75.000. Normaler Ertrag des Lagerhauses. Normale Einnahmen pro Angestellte. Volle Baukosten. Rückerstattung finde ich sehr gut. Kosten für Gebäudeversetzung würde ich gerne noch ein bisschen ändern. Rettungspakete und kein Bankrott ist ebenfalls hier drin möglich. Wir gehen einmal kurz in die erweiterte Option rein. Ihr wisst, ich versetze unfassbar gerne Gebäude. Deswegen werde ich das außen vor lassen. Hier, Gebäude versetzen, nehmen wir die Gebühr aus. Das ist das Einzige. Nee, Gebäude versetzen ein. Wir wollen Gebäude versetzen können und zwar ohne Gebühr dafür. Sobald wir fertig sind, starten. Es geht los. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Weite Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden Sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Aber bleiben Sie aufmerksam. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass eine Firma der Big Five den kaputten Damm seit einiger Zeit überwacht. Das könnte sich irgendwann als nützlich erweisen. Aber Ihr Hauptziel ist, hier einen Raumhafen zu bauen. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald Sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden Ihre Bauarbeiter eintreffen. Da hat sich natürlich der Ranger dann auch direkt als Corporate Design seine Brille aufgesetzt, damit er hier auch ein guter Anführer vom Ganzen ist. Wir starten hier standardmäßig mit einem Tutorial. Ich glaube, das können wir auch gar nicht ausschalten. Da sind wir auf jeden Fall drin gefangen. Wir sehen... Ja, ist ja in Ordnung. Wir machen das jetzt hier erstmal aus. Wir sehen hier schon die ersten Änderungen mit dabei. Nämlich einmal die große Karte. Das hier ist nur unsere Startinsel. Aber hinterher werden wir auch zum Beispiel diese Insel hier besiedeln können. Wir sehen den Staudamm, die Grafik wunderschön vom Spiel. Das muss man ja mal sagen. Also da kann man sagen, was man will, aber schön ist es auf jeden Fall. Und wir sehen auch die Brücken, die hier hinterher gebaut werden können, um unsere Inseln miteinander zu verbinden. Zum Beispiel auch hier drüben. Das war nämlich erstmals in Anno 2205 möglich, die Inseln mit Brücken miteinander zu verbinden. Ähm, insgesamt war es aber auch ein bisschen doof als einschränkender, weil ihr seht ja schon, wo wir die Brücken hinziehen können. Das wird auch hinterher wichtig werden. Wir können nämlich bestimmte Gebäude nur an bestimmten Positionen positionieren. Und dabei rede ich nicht nur von Minen in dem Fall. Wir kümmern uns jetzt mal um das Lizenzierungsprogramm und gehen mal auf die ersten Sachen hier drin ein. Hoppala. Oh Gott. Zum Beispiel hier drauf. Das ist unsere Karte, auf der wir verschiedene Wege auswählen können. Verschiedene Karten auswählen können. Zum Beispiel in die Van Hanna-Ebene zu gehen. Oder nach Camp Amber. Hier können wir hinterher auch zum Beispiel unseren Rat sehen. Oder auch unsere Ranger GmbH Orbital Station. Viele verschiedene Punkte, bei denen mir übrigens irgendwann beim Anspielen aufgefallen ist, wie wenig ich dieses Spiel gespielt habe, weil ich sauer war, dass es für mich kein Anno gewesen ist. Wahrscheinlich geht es einigen von euch auch so. Furchtbarer Fehler meiner Meinung nach, weil man hier mit dem Spiel auch eine Menge an Spaß haben kann. Was mir auch ebenfalls aufgefallen ist, wieder, das habe ich aber mit Erschrecken festgestellt, sind hier unten die Punkte. Die Bilanzen, die wir einhalten müssen. Zum Beispiel auch Logistik, die unsere Warenhäuser abgelöst haben und wir uns um Logistik kümmern müssen. Naja, fangen wir mal mit dem Bau an. Aufgeteilt in Arbeiter und Ornamente. Wir wollen als erstes Mal unsere neuen Wohnhaushäuser hier hinsetzen. Zum Beispiel setzen wir die hier hin mit einer Dreiervariante und werden die dann mit der Straße verbinden. Hier wird uns dann auch erstmalig angezeigt, dass wir die mit der Straße verbinden müssen. Ne, es wird nicht erstmalig angezeigt, aber hier wird uns schon mal angezeigt, dass wir die mit einer Straße verbinden müssen, wie es hinterher bei Anno 1800 der Fall ist. Wir sehen die moderne Architektur. Architektonisch betrachtet ist das modern. Und wir sehen, wie die hier nicht nur mit Skateboards rumfliegen, sondern auch die Straßen hinterher nutzen werden für ihre modernen Transportmittel, die wir auch schon mal in 2070 kurz angerissen haben. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir über die Warenübersicht sehen, was die Leute wollen und deren Bedürfnisse füllen. Ja, und das ist einer der größten Kritikpunkte, die ich in dem Spiel tatsächlich habe. Wir müssen nämlich jetzt nicht schauen, wir produzieren im Voraus, dass wir genug Masse haben und das dann hinterher langsam nutzen können, sondern wir müssen dafür sorgen, dass hier immer Plus ist. Und dann ist Plus. Wenn wir Plus haben, ist Plus. Da wird nicht mehr produziert, dann sind wir im Plus. Irgendwann haben wir dann mehr Leute, die was essen wollen, dann haben wir Minus. Dann müssen wir wieder ein Gebäude bauen, dann sind wir im Plus. Ich erkläre es euch lieber, indem ich es einfach direkt baue. Wir nehmen uns hier mal vor, Biokost zu bauen. Biokost kriegen wir hier drüben. Die liefere Biokost, die die Angestellten benötigen. Dafür brauchen wir Credits, haben wir, und unsere Biopolymere, unser Baumaterial hier in dem Fall. Das werden wir also mal nutzen und werden wir uns hier hinsetzen. Wir gucken mal ganz kurz, wo das am besten passen würde. Ich schaue mal eben. Nee, das würde ein bisschen kritischer werden. Also setzen wir uns das doch mal hier hin. So können wir das uns hier hinsetzen. So. Setzen wir uns das da hin. Das können wir dann einmal. Ja, unnötiger Luxus. Ja, absolut bin ich auch der Meinung. Absolut bin ich ebenfalls der Meinung. Wir sehen jetzt, dass dieses Gebäude einen von unseren LKWs als Logistik genutzt hat. Und das unter unserem Unterhalt hier drin ist. Das wird also dauerhaft immer dafür sorgen, dass unsere Bilanz positiv bleibt. Weil wir haben jetzt vier Nahrung übrig. Wir produzieren nämlich fünf. Hier seht ihr, Bio kost fünf. Eine wird verbraucht durch die Einwohner. Also sind wir permanent auf vier. Da seht ihr einen der ersten großen Kritikpunkte, die es hier in dem Spiel insgesamt gegeben hat. Wir werden dann mal noch ein paar mehr Gebäude bauen. Wir müssen ja noch ein paar Leute mit ranbringen. Die Kameraführung ist aber auch eine ganz spezielle Herausforderung hier in dem Spiel. Heide Witzke, Herr Kapitän. Das bewegt sich ja innerhalb von Sekunden, sobald ich irgendwo an den Rand rankomme. Wir machen unsere typischen, altbekannten Dreierblöcke. Mit denen habe ich immer die beste Erfahrung gemacht. Wir brauchen ja sowieso 25 hinterher von denen. Also brauchen wir uns nochmal hier oben welche hin. Ach nee, das ist ein bisschen sehr teuer. Wir werden erstmal Biopolymerfabriken bauen. Die haben wir hier drüben. Produziert zehn pro Minute. Das heißt, die baue ich jetzt mal auf. Und die werden wir dann... Wo setzen wir uns die denn am besten hin? Ich ziehe einmal kurz den Weg hier komplett durch. So. Und dann werde ich mir die hier hinten hinsetzen. Eins. Und zwei. Haben wir. Und wir brauchen Waren dafür. Dafür brauchen wir die Sonnenblumenfarm. Die Sonnenblumenfarm, die können wir uns dann auch nochmal neu setzen. Wir werden mal hier nochmal... Ich gucke nochmal kurz. Was sind noch Credits? Das heißt, wir werden hier nochmal... Wir werden hier nochmal was hinsetzen. Hoppala. Moment, das passt doch vorne und hinten nicht, was wir hier gemacht haben. Okay. Und werden jetzt einmal die Straße wieder drumherum fangen. Und danach werde ich die Sonnenblumenfarm daneben setzen. Weil ich glaube, die Sonnenblumenfarm ist ein bisschen schöner für die anzuschauen. Als die anderen Sachen. Gut. Das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Die platzieren wir uns dann hier oben. Sehr schön. Damit wird dann Baumaterial hergestellt. Das Geld, da macht ihr euch keine Gedanken drum. Das wird gleich sehr schnell steigen. Da müssen wir uns echt keine Gedanken drum machen. Wir gucken mal. Was brauchen die noch? Sonnenblumenöl. Das wird hoffentlich jetzt hier gleich versorgt. Vorher brauchen die aber ein paar Arbeiter. 35, 35. Wir haben minus 32. Auch dieses System ist in Anno 1800 ja umgeändert worden. Meiner Meinung nach auch zum Besseren umgeändert worden. Da sollte man... Ach, jetzt hör mir auf doch rumzuheulen. Als wenn. Als wenn. Zwei, drei. Also einmal hier rüberziehen. Und dann einmal... Das hier oben hin. Und das dazwischen werden wir wieder abreißen. Das freut mich zu hören. In dieser Phase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Juniors, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Das machen wir. Ich werde mal ganz kurz eben die Musik nochmal ein Stückchen leiser machen. Weil die finde ich doch sehr laut, sehr prägnant, während der Arrest auf 100% noch sehr, sehr leise ist. Kundenanalysen zeigen uneröffnetes Bedürfnis. So. Jetzt müssen wir uns Wasser holen. Wasser zeigt minus bei Wasser. Aber auch mit Biopolymer kommen wir nicht ganz nach. Und jetzt kommen wir zu einem der ersten Punkte, wo wir es nicht frei platzieren können. Wir sehen zum Beispiel hier drüben, da können wir eine Wasserpumpe hinpacken. Die Wasserpumpe hat dann ein schönes Gebäude. Also super sieht das Spiel aus. Da kann man nicht sagen. Aber da müssen wir uns halt auch fest dran halten. Ja, Sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das die einzige Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. Das hier ist nämlich die Entsalzungsanlage. Also das Gebäude heißt nicht Brunnen, sondern Entsalzungsanlage, mit der wir das Satz... Wasser da nochmal. ...ja, entsalzen, würde ich sagen. Wir sorgen nochmal dafür, dass wir in den Wohnhäusern ein paar mehr Leute mit reinbekommen. Und wir werden dafür sorgen, dass wir einen Windpark bauen. Wir brauchen nämlich auch noch ebenfalls Energie. Das erkennen wir schon aus 2070. Die dürfen nicht so dicht beieinander stehen. Die müssen ein bisschen auseinander sein. Zum Beispiel können wir das dann hier hinsetzen. Gut, Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft... Und wir dürfen jetzt, damit die sich nicht in ihrer Produktion beeinträchtigen, kein anderes Windrad reinbauen in diesen Kreis. Müssen also genau darauf aufpassen. Bin ich auch nicht so ein Fan von, aber... Ähm, ich meine, das ist ja jetzt hier... Das ist ja jetzt hier nicht, wir renten über vergangene Spiele, sondern wir schauen uns unsere Vergangenheit hier drin an. Wir bauen noch ein paar mehr Gebäude. Wir werden ja hier durchgezogen. Zweite Mission. Wie geschmiert. Und wir brauchen ein Infozentrum, das wir noch bauen. Fürs Infozentrum brauchen wir noch ein paar mehr Arbeiter. Ich würde hier ehrlich gesagt nicht mehr Gebäude hinsetzen, damit wir hinterher noch das Infozentrum reinpacken. Aber, was ich dann schon wieder ein bisschen positiver finde, ist, dass die einen relativ großen Einflussbereich hatten. Die Gebäude damals in 2205. Hier drüben haben wir nochmal Sachen, die wir sammeln können. Jo, Polymer. Jetzt können wir jetzt hier nochmal... Das wird ein Festmahl. Du hast Fleisch gekauft, das wird ein Festmahl. Ach, wie schön dystopisch. So. Im Gegensatz zu 22... Äh, in 22... Äh, 2070, bei dem ich ja kritisiert habe, die... Da sieht alles grau und trist aus, haben wir jetzt hier ein buntes, fröhliches Aufbauspiel. Obwohl die Zukunft hier drin auch nicht so utopisch ist. Ich bin eher der Fan von bunten, knalligen Aufbauspielen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag es, wenn die auch ein bisschen bunter sind als notwendig. Weil grau in grau, da finde ich die Lesbarkeit immer ein bisschen schlechter. Wir haben jetzt das Infozentrum. Erfüllt das Bedürfnis nach Information. Und das können wir dann... Können wir dann sehen, wie weit das kommt, indem wir das da dran packen, bis wo in die Straßen blau sind. So, Ranger ist blau, haben wir jetzt alle gehört. Das heißt, wir packen das zum Beispiel hier hin. Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Wir könnten ihre Angestellten ihre Interessen und ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. Und hier hinten werden wir die Straße weiter so durchführen lassen. Okay. So, Dalle. Jetzt kommen wir zu der ersten Sache, die sich hier drin erstmalig geändert hat und die ich bis heute auch in 1800 liebe. Nämlich manuelles Upgraden vom ganzen Bums hier. Und auch hier drin war es das erste Mal so, dass wir nicht alle Gebäude upgraden können, sondern wir haben Lizenzen. Diese Lizenzen versuchen so ein bisschen zu kaschieren, dass wir nicht verschiedene Arbeitergruppen haben. Wir können aber nur bestimmte Bevölkerungsgruppen, beziehungsweise nur bestimmte Anzahl an Gebäuden auf die nächste Stufe bringen. Also es müssen immer Arbeiter darauf vorhanden sein auf der Insel. Das wird dadurch reduziert, indem wir halt ein Maximum haben, was wir dazu packen können. Die Leute im Zentrum, die werden wir jetzt erstmal als erste fördern. So, das sind Administratoren, die zweite Stufe. Das freut mich zu hören. Das freut mich sehr zu hören, ja. Ich bin wirklich begeistert darüber. Ähm, wir wollen also weiter Tutorial. Ne, danke. Wir wollen uns weiter der Mission widmen. Wir haben sie tausend Administratoren an. Wir müssen Baurebots und Vitaminen dringendrings herstellen. Und wir müssen Upgrades durchführen. Dann werden wir mal die Upgrades erstmal weiter durchführen. Die Upgrades sorgen übrigens dafür, dass wir einfach mehr Arbeiter von derselben Ressource hier reinbekommen. Und die Grafik muss ich ja mal hervorheben. Ich finde fast, auch wenn es nicht so ist, ich, obwohl, weiß ich nicht, ich finde die Gesichtsanimation, die Körperanimation, hier drin fast besser als in Anno 1800. Ja, ohne Mist, obwohl es ja dieselbe Engine ist und, äh, die auch in Anno 1800 wunderbar dargestellt sind, finde ich das hier irgendwie realistisch anmutender. Vielleicht bin ich auch einfach nur alleine mit der Meinung. Das kann natürlich auch sein. So, wir werden die dann nochmal ein bisschen upgraden. Und wir werden die hier drüben nochmal upgraden. Und die äußeren Bezirke lassen wir dann so. Das, das ist das Fußvolk, das Gemeinde. Ähm, gehen wir mal zur Produktion rüber. Und jetzt können wir nämlich bei der Produktion auf Administratoren gehen. Vorher gucken wir nochmal kurz hier hin. Wir brauchen nämlich mehr Bio-Essen. Ai, 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 ai. Wir brauchen genau fünf Bio-Essen. Es lässt sich natürlich gut dadurch berechnen. Also, so fair muss man sein. Also, die Berechnungsgrundlage, die ist schon, die ist schon was Gutes hier drin. Dann könnten wir den hier hinpacken. Dann könnten wir in zwei Reihen bauen. Na, ist ja praktisch. Okay. Wir brauchen jetzt als nächstes Vitamindrings. Die bekommen wir bei den Administratoren raus. Für Vitamindrings brauchen wir Früchte. Die Früchte, die holen wir uns dann nochmal mit dazu. Wir werden jetzt aber erstmal die hier bauen müssen. Dafür brauchen wir aber auch erstmal Baubots. Baubots. Da holen wir uns Nanokeramik her und Kobalt. Nanokeramik und Kobalt müssen beide im Bergbau abgebaut werden. Also, in Berg. Dafür haben wir feste Minen. Das ist also auch noch hier so wie in 1404 war es ja auch. Bei denen wir uns dann mit der jeweiligen Mine alles da rausholen konnten. Nur einen bestimmten Satz da drin haben. Hier drin haben wir, glaube ich, keinen bestimmten Satz da drin. Habe ich zumindest noch nicht gesehen. Hier drin können wir uns einfach unsere Gebäude da drauf platzieren. Die sehen auch komplett identisch aus. Außer das, was hier hinter ist. Hier haben wir so einen Schaufelradbagger mit dabei. Sieht schon interessant aus. Sieht schon cool aus. Oder hier haben wir dann so ein... Ich weiß nicht, wie die Gerätschaften heißen. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie die Gerätschaften heißen. So. Das bauen wir uns dann da drüben hin. Ihr seht auch hier, keine Reichweite zum Lagerhaus notwendig. Das wird uns hier unten einfach von der Spedition weggenommen. Passt. Wir brauchen noch ein bisschen Windkraft. Die Windkraft wollen wir natürlich erhalten für uns. Das heißt, wir setzen den zum Beispiel hier hin. Dann haben wir das perfekt abgedeckt. Man muss schon ein bisschen auf die Perfektion von den Dingern gehen. Hier fahren wir einmal außenrum lang und haben dann die Energie mit dabei. Dann holen wir uns danach die Roboter-Montageanlage. Dafür haben wir genug von dem und dem. Beides bringt fünf. Passt. Und dann kriegen wir dadurch zehn Baubots pro Minute. Das ist eines der Gebäude, die produziert werden dadurch. Das können wir uns dann zum Beispiel hier hinsetzen. Die untere Leiste hiervon ist übrigens immer diese allgemeine Leiste. Also bei der wir Straßen bekommen, bei der wir Wohnhäuser bauen, die wir dann hinterher upgraden. Und wir haben hier auch erstmalig, ich glaube, das ist in Anno 1800 gar nicht mehr auf irgendeiner Karte mit dabei. Ich überlege gerade, nee. Wohnkomplexe, bei denen einfach mehrere Leute direkt drin wohnen können. Finde ich auch eine schöne Sache. Muss ich Ernesto sein mit euch. Muss ich Ernesto sein mit euch. So, nachdem wir dann Ernesto einmal gefragt haben und damit d'accord gehen, können wir einmal gucken. Nee, das würde, glaube ich, nicht passen. Wobei, ja doch, wir bauen hier Wohnkomplexe hin. Hier auch. Und die beiden Bauregen. Da sind sie schon, die ersten NPCs, die mit uns leben. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Energieproduktion. Ein paar mehr Windanlagen, die wir hier benötigen. Können wir mal hier hinsetzen. Und dann setzen wir uns auch nochmal eine... Ah, nee, das ist so nah. Hier unten könnten wir eine hinsetzen. Wir würden dafür aber Essen hergeben. Egal. Einen Tod müssen wir alle sterben. So, gucken wir da rüber. Wir brauchen wieder Bio-Futter. Also gehen wir auch nochmal hier hin und kaufen uns dann davon das zweite Gebäude. Ja. Alles klar. Dann kommt einmal hier das Gebäude runter. Vielleicht gehen wir hier nochmal ein Stück nach oben. Deswegen mag ich das so gerne, wenn das rückerstattet wird. Ich kann aber auch die Herausforderungen von manchen Personen da drin verstehen. Dann können wir einfach frei hier drin bauen. Und wir brauchen auch nochmal eine Spedition. Diese Spedition sorgt dann dafür, oder Transportzentrum sorgt dann dafür, dass wir noch ein paar mehr von den Logistikdingern bekommen. Können wir dann zum Beispiel hier hinten hinsetzen. Sehr gut. Dann holen wir uns nochmal eine Windkraftanlage. Setzen wir uns da hin. Weiß mal nicht, warum die sich dann so stören gegenseitig. Aber vielleicht ziehen sie sich auch gegenseitig die Luft einfach weg. Und wir können dann auch nochmal den Komplex hier erhöhen. Auf die nächste höhere Stufe. Dann seht ihr von den drei Gebäuden werden dann die verschiedenen Modelle, die sie haben, zu größeren Gebäuden. Also werden wir die beiden nochmal upgraden und die beiden nochmal upgraden. So, ein Auge halten wir da drauf. Nano, Keramik und Kobalt verbrauchen wir auch noch für irgendwas anderes. Verbrauch 5, Produktion 4. Sollten die nicht eigentlich 5 produzieren? Die sollten eigentlich 5 produzieren. Deswegen ist es ein bisschen seltsam, was die nur 4 produzieren. Zur Not haben wir hinten noch eine Möglichkeit, was zu bauen. Das Protokoll sieht in solchen Fällen Folgendes vor. Wir bauen uns erstmal eine Obstplantage jetzt auf. Die Obstplantage können wir uns... Die können wir uns hier hinten hinsetzen. Und bekommen dann unser Obst dazu. Die hier brauchen... Verbraucht Früchte pro Minute. Wir haben gerade... Wir brauchen noch ein paar mehr. Wir brauchen noch eine dritte. Und dann können wir uns eine Saftkälterei dafür holen. Es ist klug von Ihnen, um die Gesundheit Ihres Personals zu kümmern. Solche Vergünstigungen machen Sie zu einem attraktiveren Arbeitgeber. Wenn wir das schon machen, müssen wir auch dafür sorgen, dass wir noch ein paar mehr Gebäude holen. Ihr seht, man ist hier schon so ein bisschen im Minusdrang die ganze Zeit mit dabei. Also man kämpft schon dagegen an. Energiebedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ja, gegen den Energiebedarf werden wir gleich was machen. Achtung, Mangelandransporter beeinträchtigt Produktion. Und dann gehen wir einmal hier hoch. Gut, Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Damit haben wir dann hoffentlich jetzt gleich wieder ein paar mehr Leute für uns parat. Das hier werden wir alles upgraden. Ah, jetzt haben wir unsere Beförderung nicht bezahlbar. Gut, Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Angestellte nicht zufrieden, Beförderung nicht bezahlbar, irgendwas anderes haben wir jetzt gerade, was uns da im Weg steht. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Energie. Wir müssen da jetzt gleich mal schauen, dass wir wieder ins Plus reingehen. Man kann schnell mal bei dem Spiel darin verfallen oder bei der Reihe, bei dem Titel der Reihe darin verfallen, dass man wild anfängt zu bauen. Weil es halt wirklich anfänglich wenig Herausforderungen gibt. Ja, wir starten auf normal, aber dennoch, also es ist jetzt nicht das forderndste Anruf von allen. Ihr merkt ja auch, wie schnell wir wieder im Plus sind, sobald wir einmal ein bisschen das erfüllen, was hier gefordert ist. Solange die Windkraft bei 100 ist, ist auch alles gut. Dann bekommen wir uns den hier nochmal da oben hin und ziehen den hier einmal hoch. Und dann haben wir jetzt wieder genug Energie. Wir gucken nochmal nach der Produktion. Wir brauchen Bio-Essen nochmal. Items gibt es übrigens in der Version auch nicht. Die wurden auch rausgenommen, weil die Schifffahrt, ihr seht es ja. Was wir mit unserem, wir haben hier ein Kommandoschiff, mit dem wir losfahren können. Das war es. Unser, unser Katamaran. Jawohl, die Privatjagd von El Presidente. Hier oben bekommen wir immer die Warnung rein, was uns gerade eben mangelt. Es mangelt uns an Wasser. Und an Vitaminen. Also gucken wir nochmal, wo können wir die nächste hinbauen. Hier oben können wir nochmal eine Entsalzungsanlage hinsetzen. Und dann verbinden wir den auch einmal mit der Straße. So. Ah, die Baubots sind uns vorhin ausgegangen. Und dann werden wir, damit uns das nicht weiter ausgeht, auch nochmal schauen, dass wir hier einen zweiten davon bauen werden. Auch wenn uns jetzt das Obst wieder ordentlich fehlen wird. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Einmal rüber. Dann einmal. Gehen hier hin. Das mit den, mit den, äh, mit den Windrädern fand ich eine der nervigsten Mechaniken, ne? Das ist, ohne Mist, das fand ich so nervig und finde ich immer noch nervig. Und dann sieht man auch, dass wir schnell wieder ins Plus kommen, sobald alles einigermaßen hier drin läuft. Ne? Dann sind wir auch mit den beiden im Plus und dann brauchen wir auch kein Obst mehr davon. Und das Obst jetzt hier wieder läuft. Logistik-Netzwerk überlastet. Sehr schön. Logistik ist aber schon am Ende fast angelangt. Also auch nochmal das hier bauen. Da brauchen wir schon wieder Strom. Da müssen wir echt hoffen, dass wir jetzt gleich mal eine der nächsten Varianten davon freigeschaltet bekommen. Dann können wir leider nur hier hinsetzen. So, und dann wollen wir nochmal dafür sorgen, dass die Häuser hier ein Stückchen weiter geupgradet werden. Da setzen wir auch nochmal die hier hin. Halt, stopp, da habe ich doch jetzt einen Fehler gemacht. Das sieht nicht schön aus. Da habe ich einen Fehler gemacht. Man lünche mich persönlich. Und die packen wir dann hier rüber. Dieses Spiel animiert mich auch automatisch dazu. Vielleicht merkt ihr es ja in dem Moment. Es animiert mich dazu, schneller zu agieren, als ich es sonst bei Annos mache. Das hier ist irgendwie so ein Anno-Spiel, bei dem ich direkt in den Klicker-Wahn komme. Ist jetzt natürlich nichts Schlimmes. Ich denke mal, man wird da immer noch ganz gut folgen können. Aber Es ist natürlich auch da nicht das Anno-Feeling. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, oh, nö, das ist ja individuell. Natürlich ist es individuell. Aber es gibt natürlich auch eine Gameplay-Komponente. Ein Gameplay-Element im Hintergrund. Im Untergrund, wenn man so möchte. Das mich dann dazu auch animiert. Das auch dazu animieren soll. Dass es so ein bisschen schneller gespielt werden kann. Und dann setzen wir einmal hier oben unsere Straße hin. Haben wir. Weil durch diese Mission, durch die Mission 3, müssen wir so schnell auf 1000 hochkommen. Beziehungsweise kommen auch so schnell auf 1000 hoch. Was ja durchaus mal bei Anno-1800 ein bisschen länger dauern kann. Mein Mitarbeiter John Rafferty ist mit der Lieferung des speziellen Materials schon hierher unterwegs. Das freut mich aber zu hören. Willkommen, John. Dann wollen wir einmal die dorthin setzen. Die dorthin. So. Super. Und jetzt klicken wir auf den Raumhafen und müssen mit dem Upgrade beginnen. Bevor wir das machen, werden wir uns nochmal Essen eben holen. Dafür gehen wir nochmal auf Arbeiter und holen uns nochmal was von der Biokost. Setzen wir uns da hin. Auch wenn das jetzt gerade alles hier nicht so passt, wie ich das gerne hätte. Und wir müssen uns nochmal Wasser holen. Nochmal Wasser. Die haben doch erst letzte Woche getrunken. Dann haben wir bald kein Gezeitenkraftwerk mehr, ne? Dann setzen wir das hier unten hin, weil da haben wir nämlich noch die Straße am nächsten von allen anderen. Und dann brauchen wir nochmal ein bisschen Fruchtsaft bei den Administratoren. Und müssen uns dann nochmal Früchte holen. Jetzt ist es wieder ein Minus angelangt mit all dem hier. Also geben wir einmal dorthin. Jetzt wird es schon langsam ein bisschen schwieriger zu gucken, wo wir den hier hinbauen. Wir brauchen den einmal hier hin. Dieses Puzzeln damit. Energienetz überladen. So. Logistiknetzwerk überlastet. Und hoffen, dass das dann ausreichend wird. Halt! Stopp! Das hier oben ist nicht angebunden. Deswegen haben wir auch noch keine Energie dadurch bekommen. Dann brauchen die nochmal ein paar Arbeiter mit dazu. Können aber jetzt gerade nicht upgraden, weil Firmenquote nicht erfüllt. Das heißt, wir haben die Quote schon erreicht an möglichen Arbeitskräften, die hier für uns parat sind. Hier oben haben wir übrigens den Technologie-Nexus. Dafür können wir dann Astronauten hinterher rekrutieren. Wir haben hier die Börse. Das ist, glaube ich... Börse war, glaube ich, DLC. Ich habe alle DLCs mit hierbei. Habe ich mir jetzt extra nochmal fürs Video gekauft. Ich habe die nämlich nicht damals gespielt. Also die DLCs habe ich mir einfach... Wahrscheinlich kommen wir da gar nicht zu den Inhalten, aber einfach fürs Erlebnis. Haben wir mit dazu geholt. Dann müssen wir mal hoffen, dass wir jetzt gleich hier genug Arbeitskräfte zusammenbekommen werden. Ich brauche nochmal eben das hier. Wir bleiben dabei, diese großen Gebäude hier zu bauen. Bis da oben hin, weil weiter können wir das dann eh nicht bauen. Ihr seht schon, das ist hier riesengroß dadurch geworden. Das sollte jetzt gleich auch passender sein. Hoffe ich mal. Ich hoffe, dass das dann auch mit den LKWs wieder besser wird. Analysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an gestritten Güter. Minus zwei, minus eins. Null. So, okay. Dann haben wir wieder genug Energie. Auch im Logistikzentrum sollte wieder alles passend sein. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. Was sollen die denn hier? Nochmal Transportzentren sollen wir bauen. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich langsam keinen Platz mehr. Frei. Ui, 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 ui. Vielleicht können wir auch einfach, wartet mal, wenn wir das hier mal abreißen, ja, das können wir auch machen. Weil wir wollen ja den anderen nicht zubauen hier hinterher. Setzen wir uns dann einfach so rüber. Okay, Verjüngungskuchen, Neuroimplantate und Sicherheit. Sicherheit! Sehr schön. Haben damit an alles im Plus. Passt also auch für uns. Können wieder ein paar Gebäude upgraden. Einmal so rum und hoffen, dass wir dann dadurch auch wieder ein bisschen mehr Geld bekommen. Noch einmal das Essen. Das ist so ein permanentes Hinterherhech hinter den ganzen Mechaniken. Tatsächlich überlege ich jetzt gerade, ob wir einfach mal hier oben hingehen sollen. muss einfach hier oben jetzt erweitern. Dass wir quasi das hier einmal rüber bauen, das hier hin bauen, einmal eine lange Straße runter. The future is now, old man! Dann können wir uns das einmal hier hinsetzen. Dann haben wir nämlich wieder alles im Plus davon. Alles im grünen Bereich. Wir müssen uns hier nicht stressen lassen. Wenn wir dann nämlich alles im grünen Bereich haben, werden wir jetzt das machen, was sie uns gesagt haben. Klicken sie auf den Raumhafen, beginnen sie das Upgrade. Hier ist unser Raumhafen, auf der Karte da unten angezeigt. Da haben wir noch einen Stern. Ja, streng genommen ist das ein unangekündigter Vorstoß in ihr Gebiet. Aber bevor sie mich melden, hören sie sich lieber mein Angebot an. Ja, was willst du denn haben? Annehmen. Bevor ihnen Fairwater Coast zugeteilt wurde, hat Lei Sheng hier die Errichtung hydroelektrischer Anlagen vorangetrieben. Diese Kraftwerke basierten auf Entwürfen, die Lei Sheng von dem bankrotten Konkurrenten Global Trust übernommen hatte. Aber das Projekt wurde eingestellt, nachdem gewisse Ereignisse die Dämme unbrauchbar gemacht hatten. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir den Bau des Dams abschließen. Und die Hälfte der produzierten Energie würde ihrer Firma zustehen. Habe ich jetzt ihre Aufmerksamkeit? Oh, entschuldigt bitte. Ich habe die Alerts noch hier an. Ups. Wir sind nicht im Stream, ist YouTube exklusiv das Video. Bis dann, der Daumen nach oben und so. Tut mir leid. So. Also, klicken Sie auf den Raumhafen. Das machen wir jetzt. Und wir müssen Baubots geben. Eine Minute lang und dann wird der globale Raumhafen hergestellt. Beginnen Sie mit dem Upgrade. Machen wir. Ja, Rafferty hier. Wir nähern uns dem Sektor. Over. Ist ja Synchronsprecher aus StarCraft. Und WarCraft. Was zum? Roter Alarm. Wir werden angegriffen. Roter Alarm. Verdammt. Die Fracht schützt das Schiff. Menschen der Erde. Dies ist das Manifest zur Unabhängigkeit des Mondes. Die Global Union kämpft seit Generationen gegen uns. Ihre Waffen waren Lügen, Unachtsamkeit und Ausbeutung. Und die LEC hat sich in stiller Komplizenschaft geübt. Doch das ist vorbei. Niemand wird einen Fuß auf das Land unserer Väter setzen. Wir sind die Orbital Watch. Der Mond ist frei. Sie haben uns aus dem Nichts angegriffen. haben meine Schiffe versenkt und die Ladung übernommen. Jetzt blockieren sie den ganzen Sektor, sodass keine Transporte mehr durchkommen. Keine Zeit, um Vorschriften zu studieren. Treffen Sie Rafferty an den übermittelten Koordinaten. Tun Sie, was nötig ist. Hat ein bisschen was von The Expanse. So, also. Wir müssen uns jetzt, können uns jetzt hier weiter drum kümmern. Die wollen aber, die Flotte rufen wollen wir jetzt nicht. Die wollen aber, dass wir jetzt diese Mission, den Transporter zu befreien, nachgeben. Dafür können wir hier runter gehen, zum Beispiel. Wir können auch auf die Hauptkarte gehen, hier oben. Aber wir können auch hier unten drauf klicken. Diese widerlichen Terroristen sind hier überall. Auch auf meinen Schiffen. Aber sie wissen nicht, was sie erwartet. Nicht wahr? Und können dann dort in die Lage besprechen. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Bereich, den ich auch meinte. Wir sind auf einer separaten Karte und kämpfen dann dort mit unseren Schiffen. Nicht irgendwie auf derselben Karte. Nee, nee. Separate Karte. Und dann wird es ein bisschen zu einem RTS, ein Echtzeitstrategiespiel. Und zwar keinem guten, um ehrlich zu sein. Naja, Mission annehmen. Wir gehen mal rein. Wir sehen hier unten, wird jetzt gerade, die Missionsdetails werden geladen. Das ist einfach der Ladebildschirm. Also ja, das ist der Ladebildschirm auch so ein bisschen. Und dann können wir jetzt reingehen. Dort haben uns die verdammten Feiglinge angegriffen. Und kreisen unsere Frachtschiffe noch immer wie Schmeißblieben. Wie ich sehe, haben sie Verstärkung geholt. Du musst dich vorsehen. Ich weiß aus Erfahrung, dass diese Leute keine Schuldgefühle kennen. Durchbrich ihre Blockade und befreie unsere Schiffe. Ich halte dir den Rücken frei. Auf der Karte werden wir jetzt mit den Schiffen, die wir hier bekommen haben, nämlich einem Titan, einem Turtle und einer Spark, werden wir jetzt anfangen, das alles hier anzugreifen. Diese Karte hier zu erobern, bis wir dann hier hinten ankommen. Zwischendrin haben wir immer wieder Nebenmissionsziele, wie zum Beispiel das. Das hier unten sind Fähigkeiten, die wir nutzen können, wo meine Kamera übrigens drüber ist. Das hier sind alles Fähigkeiten. Und wir können auf der Karte Treibstoff einsammeln mit Power-Ups und kämpfen dann und machen dann die Schiffe kaputt und kämpfen weiter und yay und Gewalt ist fürs Geschäft immer schlecht. Haben dann zum Beispiel die Möglichkeit, wertvolle Ärzte zu finden. Das ist eine Wimmelaufgabe. Ich bin ehrlich mit euch, ganz, ganz ehrlich, ich finde die so langweilig, diese Mission. Ich, also diese, 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 äh, diese Kampfmissionen sind echt, ne, die hätten, die hätten sie nicht gebraucht. Wir sollen jetzt auf jeden Fall für die Nebenmissionen ein bisschen, damit wir Iridium und Kampferfahrung bekommen, wertvolle Ressourcen sammeln. Das sind so diese Dinger hier, die wir auf der Insel finden. Das heißt, das ist so ein kleines bisschen die Wimmelbildaufgabe, die ihr zum Beispiel noch aus, äh, oder die ihr nicht zum Beispiel noch aus, die ihr aus Anno kennt, die ihr davor aus den Titeln kennt, die es jetzt auch mittlerweile in ganz vielen anderen Spielen mitgibt. Wird ein bisschen hervorgehoben durch so eine blaue Umrandung. Ja, und dann gehen wir hier die ganzen Karten entlang und dann gucken wir mal, wo wir es finden, ne? Halt, angreifen. Die Bomben dazwischen, die Wasserbomben. Ist ja super. Das Schiff dahinter, das wird uns übrigens reparieren. Das ist von dem NPC, von demjenigen, der uns auf den Auftrag geschickt hat. Das heißt, wir müssen gar nicht zu 100% die ganze Zeit dahin gucken. Die werden den Groß, da können die auf der Karte besiegen und, äh, ja, machen sie ein gutes Leben, machen sie ein schönes Leben. Da haben wir dann drei von sieben gefunden. Ah! Vier von sieben, fünf von sieben, sechs von sieben. Ich glaube, die sind aber immer zufällig verteilt. Sieben von sieben. Ah, das hört sich doch super an. Das hört sich doch richtig toll an. Was haben wir hier eigentlich für eine Mission? Guck mal, da ist Nick Papadakis. Liefern sie drei EMP-Pulse an Nick Papadakis. Also, ich kann euch auf jeden Fall sagen, die sind zufallsgeneriert, die, äh, Sachen, die hier stehen. Die sind zufallsgeneriert. Wir nutzen jetzt mal so eine Möglichkeit der Raketensperre, äh, das Raketensperrefeuer ist da, damit wir uns hier nicht die ganze Zeit einzeln mit denen anlegen müssen. Und zwischendrin kommen dann immer diese Power-Ups raus und dann können wir uns diese Power-Ups hier holen. Also, ihr merkt, wie gesagt, meine Begeisterung davon. Das soll euch jetzt hier nicht im Video schmälern. Ich unterhalte euch trotzdem. Action! Toll, alle sterben. Es geht los. Es geht los. Wir schießen. Wir schießen. Ah, nee, wir können ja nur in einem bestimmten Bereich. Stimmt, wir haben ja eine Maximum-Reichweite, die wir hier nutzen können. Wir gehen erstmal weiter. Also, die MPs werden wir nicht benutzen. Wir haben zwei Stück. Seht ihr jetzt unter meiner Kamera nicht? Die lasse ich jetzt mal da, weil wir werden nicht, das kann ich euch schon verraten, wir werden nicht so viele Kampfmissionen machen. Wenn uns die Kampagne nicht in die Kampfmissionen verschlägt, dann, ja. Ich verstehe aber auch Personen, die vielleicht sagen, hey, das ist mal eine tolle Abwechslung, so auf der ATS mit, ein ATS-Szenario mit reinzubringen. Ich meine, schöner, als wenn es hinterher schlecht auf der Karte stattfindet und so hat man halt versucht, einen Kompromiss zu finden, wie man dann die Leute vermögen und dann halt die Leute auch vielleicht nicht dazu zwingen, die das nicht unbedingt zu mögen. Aber da finde ich ehrlich gesagt den Ansatz aus Anno 1800 schon noch ein bisschen besser. Mein Gott, ist das laut. Da finde ich den Ansatz aus Anno 1800 schon noch ein bisschen besser, bei dem es dann wirklich auch möglich ist, friedlich zu spielen, weil diejenigen, die dann halt keinen Kampf haben wollen, die werden den auch ausmachen. So. Können wir hier nochmal gucken, dass wir das da vielleicht weg springen. Wohin brauchen wir jetzt auch nicht. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Und wir wollen nochmal einen EMP-Puls sammeln, den wir auch nirgends gut haben. Dafür haben wir ein Grafenlager. Sehr gut. Grafen wieder eingesammelt. Dann gehen wir jetzt nach oben und wollen dann die nächsten wegschießen. Und was haben wir hier drüben bei dem? Benutzen sie viermal kinetisches Schild. Das ist ein kinetisches Schild. Das hier, ne? Energie auf Schilde umgeleitet. Das sind halt auch so Sammel fünf Bären. Aufgaben. Energieschilde aktiv. Schilden auf maximale Leistung. Volle Kraft voraus. Jetzt haben wir es dreimal benutzt. Das heißt, wir müssen es nur einmal benutzen und dann kriegen wir dafür schon ein Missionsziel abgeschlossen, wenn ich es richtig gesehen habe jetzt. Erstmal wollen wir die jetzt nochmal weghauen. Dafür müssen wir uns aber die Power-Ups dann einsammeln. Ja, so gehen wir nochmal hier rüber. Wir brauchen auch noch ein drittes EMP. Das haben wir, glaube ich, da unten haben wir es auf jeden Fall nicht. Da unten haben wir es auf jeden Fall nicht. Schießen wir nochmal hier drauf. Oh nein, unser Schiff! Hat überlebt. Die da oben nicht. Die sind kaputt. Das ist gut. Und dann können wir nochmal hier auf die Wasserboppen draufschießen. Ah, Entschuldigung! Wollte ich natürlich nicht. Ach, das ist aber jetzt leid. Das sollte ich wirklich nicht hinschließen. Nee, nee. Im Gange. Jo, im Gange. Am Ende des Ganges. Hoffentlich war das genug Gewalt für einige Zeit. Das glaube ich aber auch, ne? Hoffentlich war das genug Gewalt. Ziel besteht. Weil der Walter hat schon genug Gewalt hat. Ach, ich weiß das doch auch nicht, Leute. Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß ja auch nicht, was ich hier noch machen soll, ne? Ich wollte mit euch gemütlich hier die Anno-Reihe spielen, ja? Und jetzt sind wir hier auf einmal in Command & Conquer Verschnitt. Jetzt sind wir hier bei Command & Conquer unterwegs und dann geht es hier jetzt rund. Heidewitz, Herr Kapitän. Haben wir noch irgendwo den EMP? Da oben haben wir noch einen EMP. Den können wir noch einsammeln. Dann können wir nämlich den anderen Missionsziel auch nochmal abschließen. Und da müssen wir nämlich nicht mehr alle besiegen. Es gibt nämlich auch Missionen, die habe ich bei meinem Anspielen gehabt. Da müssten wir halt die ganze Karte komplett freischießen, weil nämlich im letzten Winkel irgendwo diese Sachen gewesen sind, auf die komplette Karte hin verteilt. Haben wir. Müssen wir nochmal weghauen. Das ist der Brauer noch? Das sei meine Ungeduld, aber ich möchte einfach, dass es erledigt. Ja, das haben wir doch. Liefern die drei EMPs an die Zweigstelle. Ach so, einmal rechts klickt drauf. Der alte Nick wusste, dass du das erledigst. Du kriegst alles auf die Reihe. Was? Ja, ja, ja. Will ich schon sagen. Kommen Sie. Dann wollen wir mal einmal auf die hier feuern. Dann haben wir nochmal zwischendrin die hier. Was haben wir denn hier unten? Unterstützungslotte. Rufe ein verbündetes U-Boot ins Zielgebiet. Ein verbündetes U-Boot ins Zielgebiet rufen. Das werden wir hinterher auch nochmal nutzen. Wir schießen nochmal auf die hier drauf. Damit können wir uns das... Ich denke mal, das wird auch aufgrund der ersten Mission sein. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viele von den RTS-Schlachten gemacht, aber dass das hier so einfach ist, dass wir hier so einfach durchrocken können, hat, glaube ich, was damit zu tun. Feuer frei. Oh, Überraschung! Ein U-Boot! Und dann geht es hier nach oben. Auch das, auch diese Kämpfe auf einer separaten Karte, so wie die hier stattfinden, ist ebenfalls einer der Gründe, dass halt viele und auch ich sagen, das ist kein Anno. Ja? Also ich versuche es immer wieder hervorzuheben, die jeweiligen Situationen, in denen halt dieser Gedankengang gekommen ist. Da können wir übrigens draufschießen. Wir machen unser Schiff damit nicht kaputt. Hat also auch Vorteile. So, das haben wir auch gemacht und dann gehen wir jetzt weiter voran und schnappen uns dann hoffentlich die letzten. Können wir ein U-Boot hier hervorrufen? GMP. Was ist die Zielvorgabe? Und dann können wir jetzt hier rennen. Sehr gut. Die Bilanz hier oben übrigens gesehen hat. Yay! Victory! Gott, ich habe direkt mein HZ-Kabel fast rausgerissen. Eins davon gehört uns. Das nenne ich ein Happy End. Guck mal, jetzt können wir unsere Schiffe upgraden. Für 1000 Credits können wir den hier upgraden. Machen wir. So, sehr schön. Mission beenden. Ich aber auch. Dadurch haben wir jetzt Verwalten Sie Flotte und Militär-Upgrades Aufträge. Wir haben den Kontakt zur Lunar Excavation Corp verloren. Offenbar haben sich viele Mondkolonien mit der Orbiter Watch verbündet. Umso wichtiger ist es, dass ihr Weltraumlift den Betrieb aufnimmt. Das Konzept dann des Weltraumlifts finde ich auch unfassbar interessant. Da gibt es, glaube ich, in Disneyland, ich war da noch nie, aber ich habe da letztens ein Video zu gesehen, da gibt es wohl eine Attraktion, bei der man in so ein Space-Restaurant quasi hochgefahren wird und dann so eine VR-Reise da durchmacht oder in so einem Aufzug sitzt mit Bildschirm drumherum, so wie es zum Beispiel bei einem World Trade Center auch ist, wer da mal gewesen ist. Also bei dem One World Trade Center. Hier sehen wir es, das ist dieser Aufzug, der bis ins All hochreicht und wir müssen jetzt hier Bau durchführen. Kosten für Abschluss 10 Graphen. Wir haben Graphen eingesammelt, also werden wir das einmal machen. Werden Sie Phase 1 des Mod-Lizensierungsprojekts bereit zur Abfahrt. Achtung! Annäherung an Raumstation der Global Union. Bereit machen für Andock-Vorgang. Meine Glückwünsche. Der erste Schritt in den Weltraum. Alle Zweige der Weltwirtschaft stehen Ihnen nun offen. Phase 2 des Mond-Lizensierungsprogramms beginnt jetzt. Komm zur Werft, wenn du Schiffe bauen oder ausrüsten willst. Die Werft ist das hier drüben. Ne? Das ist gerade eingekommen. Sie dringend aus. Sammeln Sie Container mit Ihrem Fahrzeug. Bringen Sie Fracht zum Angestellten-Schiff. Entschuldigung, aber ich muss Sie einfach umarmen. Gut, eine Sammelaufgabe. Ja, man muss ja sagen, auch bei den Aufgaben heutzutage ist Anno jetzt auch noch nicht innovativ. Also ist jetzt nicht so, als wenn dann Anno 2205 besonders schlecht herausstechen würde im Gegensatz zu den sonstigen Aufgaben, die da parat standen. Aber ja, wir brauchen wieder ein bisschen Plus. Das heißt, wir werden jetzt noch mal ein paar Upgrades durchführen. Können wir gerade nicht. Wir haben die Firmenquote immer noch erfüllt. Also müssen wir mit dem leben, was wir jetzt gerade hier haben. Wir sammeln da jetzt gerade alles ein. Oh, guck mal, ein Fisch. Das ist gar kein Fisch. Ist ein Wal. Und ein Fisch ist ein Säugetier. Aber ist ja Walfisch. Damit haben wir verloren. So, hier unten sehen wir jetzt, wie unsere Speditionen durch und durchfahren bei dem Ganzen. Minus 35 ist jetzt nicht so schlimm. Wir haben die nächste Mission bekommen. Wir müssen jetzt die Arktis betreten. Das gilt hier drin auch deutlich fixer als in anderen Bereichen. In der Arktis kann man auch kämpfen, wenn ich mich richtig erinnere. Wählen Sie einen Startsektor aus. Arcea Scholle, Ikuma Gletscher und King Guide Protektorat. Also hier werden wir auch wieder anfangen, eine Basis für uns zu bauen. Vier Inseln ungefähr gleicher Größe bilden die Arcea Scholle, die viel Bauland bieten. Dieses Gebiet hat schon das Interesse eines anderen globalen Mitbewerbes geweckt, der seine Handelsroute erweitern will. Da haben wir besonders viel Hektar, Bergbauplätze 14, 26 und Logistikprojekt haben wir hier. Das haben wir am wenigsten, also werden wir das hier nehmen. Das ist auch ein bisschen einfacher für uns. Betroffene Gebäude fallen Produktionsrate plus 30% und Produktionsrate minus 15% für Aluminium und Molybden in Ihnen. Den Sektor werden wir uns schnappen. Willkommen in Phase 2 des Mondlizensierungsprogramms. Sie sind nun autorisiert, die Arktis-Region zu betreten und auf die dortigen seltenen Ressourcen zuzugreifen. Ihre Aktionen in diesem Gebiet werden von den Arctic Custodians überwacht. Sie kontrollieren auch die Klimastabilisatoren, die die arktische Eisschicht erhalten und so das Wetter stabilisieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Los, Kontaktperson! Bring mich hin! Oh, wir fliegen wieder. Es ist die Klimastabilisatoren-Technologie der Arctic Custodians, die hier die Temperaturen unter Null hält. Ich bin Dr. Howard Young. Ich spreche für die Arctic Custodians. Lassen Sie mich etwas klarstellen. Wir erwarten, dass Sie sich zu jeder Zeit an unserer Richtlinie halten. Das Ökosystem der Arktis ist sehr fragil. Respektieren Sie diese Regeln und wir kommen gut miteinander aus. Ja, danke. Ich bin gerade ein herzliches Willkommen. Aber fahren wir einfach mit Phase 2 fort. Wir brauchen arktische Ressourcen für den Raketenbau. Daher müssen wir auf diesen Inseln eine Basis errichten. So, und wo wir die Basis errichten, ist übrigens schon festgelegt. Also auch da müssen wir uns zu bestimmten Bereichen bewegen. Das ist das Kolonisieren hier in Anno 2205. Das ist also noch nicht sonderlich, ne? Ja. Wenn Sie hier ein Vertriebszentrum bauen, kann ich Ihnen die Insel offiziell überschreiben. Wir machen das hier. Wir beanspruchen das. Erwärts dieser Insel haben Sie auch die Schürfrechte für dieses Gebiet erworben. Die Arctic Custodians werden Sie von jetzt an mit Argus-Augen überwachen. Sehr schön. Wir dürfen jetzt hier schürfen. Aber beim Aufbau Ihrer Infrastruktur sollten Sie sie beherzigen. Schon die Heizrichtlinien werden eine Herausforderung sein. Ist kein Problem. Wir sind die Beschützer. Polarwohnung müssen wir bauen und wir haben hier unsere Polarstraße. Wir werden, wie wir gerade eben schon gemacht haben, die Polarstraßen erstmal hier hinbauen. Die kann man auch so gut sehen. Und meine Augen sind blind. Gott. Das ist hell. Ja, moin. Ranger, schwer in Ordnung. Danke. Oh Gott. Was mache ich denn? Das hat mich jetzt komplett überfordert, dass Sie anders groß sind. Nein. Ranger.exe stoppt working. Das ist ja... Also jetzt wird man hier wirklich vor Herausforderungen gestellt, ne? In meinem Alter hier neue Herausforderungen ranzubringen. Ich bin hier jetzt auch keine 20,5 mehr. Ich bin ja schon 21,5,6. Ja? Ich habe mich sehr gut gehalten. Deswegen halten mich manche auch für 19. Ist glaube ich, weil ich mich sehr lange in der Antarktis aufgehalten habe. Als... Manche wissen es nicht. Aber ich war tatsächlich ein Polarwär. Ja. Ja. Die Fettschicht habe ich behalten. Das Fell habe ich abgelegt. wäre sonst zu warm gewesen. Also, ja. Genau. Und ich glaube, da ist alles jetzt mitgesagt. Da müssen wir nicht weiter ausführen. Wir haben auch den Heizradius. Fällt mir gerade mal ein, ne? Das hier müsste der Heizradius, glaube ich, sein. Dieses... Kreis drumherum hat ein bisschen was von Frostpunk. Wir müssen jetzt Konservennahrung herstellen. Dafür brauchen wir Fisch. Also, dafür brauchen wir aber auch zwei Metallschaum. So, Druckhammer. Dock? Schwer in Ordnung. Okay. Also, wir brauchen einmal die Druckkammer. Braucht Aluminium, um Metallschaum für Bauprojekte zu produzieren. Aber die erzeugen Wärme. Deswegen setzen wir den mal hier hin. Und wir brauchen Aluminium dafür. Aluminium, Aluminium, Aluminium. Einmal hier rüber setzen. So. Und dann werden wir unsere Aluminium-Sache werden wir dann... Gar nicht da für die Lizenz, ey. Ach, stimmt. Das muss ja... Da brauchen wir ja Bergbauplatz für. Das heißt, den bauen wir dann hier drüben hin. So. Dann haben wir das immerhin schon mal gemacht. Dann können wir das hier runterziehen. Warten das dann darüber. Nein! Gibt keine Lizenz. Geothermale Turbine brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Credits werden ein bisschen wenig. Hoi! Heide Witzker, Kapitän. Was ist denn jetzt los? Kontolimit 500.000. Oh, weil wir jetzt ein bisschen was ausgegeben haben. Na gut, werden wir weiter Beschützer an. Jetzt ist aber wirklich... Jetzt sind sie aber pingelig hier. Jetzt sind sie aber pingelig. Bequeme Abkürzung. Kopieren. Okay. Konnten wir nicht irgendwie eine Kreditbilanz aufnehmen oder so? Und das Problem ist halt der Handel. Der Handel ist halt hier drin. Den Handel kann man hier drin zwischen den verschiedenen Leuten durchführen. Wir haben hier ja noch den Weltmarkt. Was geht's? Also gehen wir mal zum Weltmarkt. Dankeschön. Willkommen. Hallo. Gemäßigt oder wir gehen in die Arktis und verkaufen da was? Ah, da sehen wir ja den Markt. Hier oben sehen wir den Kurs, der sich ändert. Ich glaube, das war sogar ein Online-Feature, wenn ich mich richtig entsinne. Gemäßigt. Wie war das denn nochmal? Ja, jetzt geht's hier aber los. Nach Verkaufspreis sortieren. So. Da haben wir da nicht so viel im Plus. Update-Intervall circa 15 Minuten. Eingesetzte Welthandelsruhen. Das hier würde ich eigentlich eigentlich das hier mal verkaufen. Ich weiß nicht mehr, wie das war, Leute. Willkommen im Hauptbüro. gefunden, was? Oh. Hier unten. Hier war es, ne? Also, dann nehmen wir uns die gemäßigte Zone und werden dann zum Beispiel mal Biokost nehmen. Wir konnten das hier oben. 15 bekommen wir dafür. Oder hierfür bekommen wir 38. Oder wir bekommen 90. Was gibt's denn für einen Überschuss? So war das, ne? Das war ja die einfache Rechnung. Jetzt muss das erst nochmal geladen werden. Also, der Übergang, der war damals auch noch nicht so problemlos einfach. Wir gehen also mal hier rüber. Gucken mal. Wir haben Überschuss an Baubots. Oder an Getränken. Oder an Bio. Oder an Biopolymer. Das waren die Sachen. Hier war die Transferroute. Gemäßig. Da sagen wir mal Baubots. 34. 44. Das heißt, wir gehen zum Biopolymer. Zielsektor auswählen. Hier. Wählen sie einen Sektor, in den importiert werden soll. Ne. Aber falschrum. Halt. So. Biopolymer. Auswählen. Wählen sie einen Sektor, in den importiert werden soll. Hier hin. Da geht's raus. Da geht's rein. Und wir wollen uns... Will ich einkaufen? Ich glaub, so rum hab ich's jetzt, ne? Teuer verkaufen. Ja. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. So war das. So war das. Und jetzt müssen wir mal mit dieser Transferroute. Zwei Stunden läuft die jetzt. Müssen wir jetzt leben. Gut. Dadurch produzieren wir jetzt weniger Biopolymer. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Dann holen wir uns noch mal ein paar Gebäude. Wenn wir das jetzt bauen, kostet das Beherberg bis zu 20 Leute. Also einmal einen hier hinsetzen. Wir halten mal das im Auge. Bauen wir insgesamt zwei Gebäude davon. Und werden dann einmal eine Straße setzen. Wir müssen ja jetzt nicht alle Missionsziele direkt mit dem ersten Anlauf für uns dann schaffen. Okay. Noch sind wir im Plus. Ich glaub, mit dem nächsten könnten wir schon fast ins Minus rutschen. Also noch mal hier hinschauen. Jetzt müssen wir uns nämlich um Verjüngungskuchen kümmern. Da bekommen wir jetzt auch Plus 648 in dem Moment. Wir gehen also rüber. Noch mal zu den Administratoren. Und dann haben wir hier... Oh, da müssen wir ja Algen, glaub ich. Ne? Äh, Synth-Zellen. Synth-Zellen. Synthesizer. Das ist es. Oder synthetische Zellen. Das können natürlich auch sein. Und biomedizinische Labore. Analyse zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. An was denn? Ach so, ja. Algen brauchen wir also. Algen wollen wir uns dann hier hinsetzen. Ja, das läuft super. Jetzt war... Jetzt war die andere Sache. Man konnte in dem Spiel... Du bist das Risiko doch ein, oder? Erhöhen, wenn man die Plus-Taste gedrückt hält. Hoppala. Das da unten müssen wir aber noch mal kurz abreißen. Ein. Abreißen. Aber der Hammer vom... Die Animation vom Presslufthammer finde ich cool. Und dann gehen wir einmal jetzt hier ein Stückchen weiter. Da hin. Das heißt, wir haben jetzt schon mal 16 Algen. Als nächstes brauchen wir... Eine kann also zwei Synth-Zellen-Inkubatoren versorgen. Und hierfür brauchen wir ja E2. Das heißt, 1, 2, 1. Das heißt, wir brauchen 4.000, 10.000. 14.000 brauchen wir. Für die 14.000 können wir dann ja hier erst mal das Plus laufen lassen. Ich kann das System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. Das freut mich aber zu hören. Das Problem ist jetzt anhand dieser Handelsroute... Wir können halt diese Route... Können wir jetzt... ...nicht mehr abbrechen. Wir können nochmal eine neue Transferroute hoffentlich machen. Ah, da können wir keine hinpacken. Wegen der Weltmarktroute. Raumhafen-Ausbaustufe zu niedrig. Es ist immer was Neues hier. Immer was Neues. Den können wir aber noch nicht upgraden, weil wir dafür Superlegierung brauchen. Und Superlegierung bin nicht ich. Baubots haben wir hier nochmal gefunden. Wir schauen mal, haben wir noch irgendwo anders eine? Ne, gerade nicht. Also lassen wir mal das Plus ein bisschen laufen. Jetzt haben wir aber ein bisschen weniger Geld gemacht auf einmal. Warum denn das? Weil die jetzt auf einmal so unglücklich geworden sind dadurch. Sie hier? Ja, zufälligerweise, gerade bin ich gerade da. Weiterführende Bedürfnisse. Gerade so nochmal ein bisschen... ...bisschen die Beier füllen, ne? Jetzt nochmal die Steuern erhöhen können. Ach, das wäre so super, ne? Hintergedanken. Moment, wir müssen ja nochmal auf die draufklicken. Wir müssen klicken. Ach. Ja, ist ja in Ordnung. Wo ist denn unser Kommandoschiff nochmal? Da. Verstanden. Einmal dorthin bringen. Du bist zur richtigen Zeit. Befestigen Sie Sensordrohnen in Ihrem Kommandoschiff. Folgen Sie dem Drohnsignal und sammeln Sie Kisten. Das machen wir jetzt gerade nicht. Erteilen Sie Schiff an Frachter. Ne, das sind nicht diese Sachen, die ich gerne haben möchte. Gut, ich wollte bei Ihnen... Das heißt, wir gucken dann nochmal eher andere Bereiche. Das hier oben. Sammeln Sie Dammüberreste mit Ihrem Fahrzeug. Diese Leistung hat fünf Sterne verdient. Ja, dankeschön, ne? Bei Google-Rezension. Immer schön dem Ranger fünf Sterne geben. Für alles. Für alles, was er macht. So, dann lassen wir nochmal ein bisschen die Zeit hier beschleunigt laufen. Dann können die sich nochmal kümmern. Da die Überreste aufnehmen. Container beladen. Und dann einmal die Fahrzeuge zurückschicken. Sie haben brauchbare Arbeit geleistet. Treten Sie ein. Also, sind Sie an einem Auftrag interessiert? Besitzen Sie in Walbrook Becken Arbeitskraft. 104 von 300. Verbleibende Zeit fünf Minuten. Plus tausend Energie in diesem Sektor. Wir haben eine Theorie darüber, was den Damm zerstört hat. Aber wir brauchen mehr Leute, um eine eindeutige Beweise zu finden. Plus tausend Energie. Ja, das wäre schon was, ne? Plus tausend Energie ist schon nichts Verwerfliches. Das ist schon eine ordentliche Menge. Ach, guck mal. Hier drüben kann man nochmal das Lager errichten. Naja, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Hier hin. Und holen uns jetzt die Synthwave Farm. Die Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ist ja nicht so schlimm. Das ist ja nicht so schlimm. Gut, jetzt haben wir nur noch plus 134 damit. Äh, Route besitzt verzögerte Effekte. Transfer läuft. Plus 20. Eingelagerte Waren 75. Unterhaltskosten minus 200. Äh, wir könnten aber auch die Route löschen. Die Netzwerkoptimierung ist ein fortlaufender Prozess. Ja, das heißt, wir gucken nochmal runter. Logistiknetzwerk überlastet. Was brauchen wir denn auf keinen Fall? Wir brauchen alles auf jeden Fall. Es gab doch irgendwo diese Option. Ach, guck mal hier. Da sieht man auch nämlich diesen Netzwerkstatus, den wir da mit brauchen. Hallo. Ich habe die Orbitalstation für Ihre Ankunft vorbereitet. Die Expansion kann beginnen, sobald Sie bereit sind. Dankeschön. Sehr lieb von dir. Äh, wirklich nett. Wirklich sehr nett. Aber irgendwo gab es die Kredite. Ich kann es euch nicht mehr sagen, wo komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf. Ja, damit haben wir es dann auch geklärt. So einfach geht das hier in dem Fall. Super, genau so muss es sein. Administratoren. Das heißt, einmal kurz den hier bauen. Ui, ist der groß. Okay, dann haben wir das. Erreichen Sie eine positive Kreditbilanz. Dankeschön. Da wäre ich jetzt nicht drauf gehabt, habe ich mich direkt verschluckt vor Freude. Das passiert mir häufiger dann. Jetzt bräuchten wir nur noch irgendwo die Möglichkeit, dass wir das hier hinsetzen können. Dann wären wir schon mal glücklich. Achtung. Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert Ihre Produktivität. Ehrlich? Hätte ich nicht gedacht. Thank you. Wir können ja sowieso nicht pleite gehen. Unternehmenslabel angepasst, um Wirtschaftskraft wiederzuspiegeln. Ja, da haben wir noch mal kurz schnell unser, äh, Dings hier erweitert. Die Global Union erlaubt den Bau ihrer eigenen Orbitalstation. Bedingungen werden gesendet. Ah, jetzt können wir es machen. Aktivieren Sie einen Rechtsklick, Spieleinstellung, um schnelleren Zugriff. Kaufen Sie Baumaterial bei den Handelsposten in jedem Sektor, wenn Sie Credits übrig haben. Das brauchen wir nicht. Ihr auch nicht. Fabrikunterhalt verringern. Kennen Sie eine Fabrik an und investieren Sie Iridium, um ein Modell zu bauen. Oh. Ich kann mich wirklich echt wenig an das Spiele erinnern, aber hier haben wir die Module. Da haben wir es doch. Ach, das war das, ne? Ah. Ja. Doch. Jetzt. 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 Jetzt kommt es so ein bisschen wieder. Jetzt kommt es so ein bisschen wieder. Aber auch nur langsam, um ehrlich zu sein. Credit Wartung, Arbeitskraft weniger. Oh, bei dem hier können wir nämlich vor allem auch nochmal was reinsetzen. Jetzt funktioniert es. So, sehr gut. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Stimmt. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Was haben wir hier noch? Achtung. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Wir sollten eine zweite Kaffeemaschine anschaffen. Das ist Qualität. Jetzt setzen wir uns das mal da hin. Unterversorgung ist klar. Das haben wir mitbekommen. Das haben wir mitbekommen. Dann setzen wir die hier hin. Dann werde ich jetzt nochmal kurz den hier nehmen. Den setzen wir da hin. Ist das hier überhaupt der Eingang? Ist das in vorne? Ja gut, hier kann ja kein vorne sein. Da geht man ja sonst durch die Scheibe durch. I think I go fruze, fruze, äh, Sibing. Lassen Sie uns über die nächsten Schritte sprechen. Eine positive Kreditbindelands. Machen wir. Gegenmaßnahmen empfohlen. So. Dann einmal den, äh, Energiewartung. Fangen wir uns das nochmal da hin. Und packen wir uns auch nochmal das mit der Logistik da hin. So. Okay. Sie wollen mich sehen? Ehrlich gesagt nicht, um, 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 wirklich Ernesto zu sein. Aber naja, man macht ja, was man, was man kann, ne? Man tut, was man kann für das einfache Volk. Man tut, was man kann. Ähm. Und dann wollen wir uns diese Gebäude hier nochmal upgraden. So, schnell rüber. Das ging ja nicht schnell mit der Tastenkombination. Das heißt, wir müssen einmal hier rüber. Und dann müssen wir aber diese Welt erstmal wieder laden. Also springen wir mal dorthin. So, da sind wir. Da sind wir. Und wir brauchen noch ein paar, werben Sie Beschützer? Haben wir hier keine Beschützer bislang? Gehen Sie damit, den Raumhafen in Akiascholl zu einem globalen Raumhafen zu verbessern? Den hier. Was brauchen wir denn dafür? Metallschaum. Metallschaum. Ah, okay. Und hier brauchen wir ja erstmal Aluminium. So war das, ne? Aluminium, der mit der Straße hier verbunden wird. Also einmal dort rüber bauen. Damit wir unser Aluminium herstellen. Dann brauchen wir einmal Konservennahrung. Da holen wir uns die Fische. Die würden wir dann da hinbauen. Die produzieren dann pro Minute vier. Also können wir zwei Konservennahrung damit versorgen. Weil die nämlich zwei benötigen. Die müssen dann nochmal hinterher kommen. Menschliche Ressourcen ungenügend. Ehrlich? Hätte ich nicht gedacht. Lass uns nochmal kurz auf den Weltmarkt gehen. So, und nochmal eine Transferroute einrichten. Nämlich mit den Bots, die wir dann hier drüben hinbringen. Da werden wir dann 20... Ah, ne, das ist ein bisschen zu wenig. Gucken nochmal nach der Ware. Das hier bringt halt echt am meisten, ne? Bestätigen. Da machen wir jetzt nämlich wenigstens Plus damit. Und wir sind eh gerade nicht da drüben, um zu bauen. Ihre Industrie leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften. Das verschlechtert die Produktivität. Ja, ist ja alles gut. Ist ja alles gut. Wir brauchen wahren Arbeitskräfte. Hier. Dafür brauchen wir aber zehn Metallschaum. Ja, genau. Die haben wir ja eben nicht, die Metallschaum. Also hoffen wir mal, dass die ein bisschen schneller damit fertig werden. Ach, das reicht nicht aus, dort zu sein. Das wundert mich aber. Müsste ja echt zu 100% da drin sein. Ja, anscheinend, ne? Anscheinend müssten die zu 100% da drin sein. Klar, wir sind hier bescheiden. Aber sie sollten wenigstens die Grundlagen liefern können. Ja, machen wir ja. Ist doch alles gut hier. Warum die so viel Zeit draußen verbringen? Ein Blick auf unsere Häuser. Vitamindrinks. Kriegen wir die Vitamindrinks, müssen wir, glaube ich, hinterher exportieren. Ich glaube, die kriegen wir jetzt nicht hier rüber rein. Und dann holen wir uns als nächstes. Das Problem ist, wir können so viele Gebäude bauen, wie wir wollen. Warte mal, wir müssen erstmal Zurückerstattung jetzt hier holen. Wir können so viele Gebäude bauen, wie wir wollen. Wir brauchen Fisch. Wir brauchen Fisch. Vorher wird hier nichts anderes gemacht. Dafür brauchen wir jetzt drei Metallschaum. Und Geld. Und Geld brauchen wir auch noch. Können die schon mal anfangen zu arbeiten? Wir brauchen alles hier. Auch Logistik. Transportfahrzeuge. Mit dem Schneeräum schaufeln da vorne dran. Eine Sekunde. Das hat eben was mit einem Video für euch zu tun, das, glaube ich, schon rausgekommen ist. Wenn ihr das Video hier seht. Das war gestern, muss das Video rausgekommen sein. So, okay. Wir können ja eh noch nicht mit denen handeln, weil die keine Raumstation haben. Ich glaube, die war Voraussetzung dafür. Im Endeffekt ist ja beides eh egal, weil wir keine 50 Beschützer haben. Also muss es ohne Handel gehen. Wir müssen einfach nur den Fisch heranholen. Ja, machen wir ja. Machen wir ja. Ist ja alles gut. Ist ja alles gut. 3.000. Wie viel Geld kriegen wir denn nochmal dafür wieder? Gar kein Geld. Kosten kein Geld. Ne, die kosten nur Metallschaum. Wir versuchen mal Geld zu sparen, wo es gerade so geht. Dass wir das ein bisschen für uns nutzen können. Einmal rüber auf unsere Hauptkarte. Wieder hier hin. Das mit dem Laden ist halt so nervig. Deswegen bleibe ich lieber gerne länger in einem einzigen Bereich drin. Oh, weil immer dieses hin und her wechseln. That's not good to be Ernesto. That's not good. Ich würde gerne ein paar Sachen hier abreißen. Wir brauchen hier jetzt nicht so viele Sachen davon. Zum Beispiel. Transferroute ineffizient. Den hier würde ich gerne abreißen. Ursache fehlende Waren. Dann könnten wir bei dem hier nämlich sagen, wer soll das da hinkriegen? Ja, ist ja kein Problem. Wir haben nämlich einen unfassbar hohen Abkipp dadurch, wie wir das hier gemacht haben. Abkipp, der so genannte. Weil Ranger nämlich nicht mal mehr ansatzweise daran gedacht hat. So. Das heißt, wir nehmen jetzt den erst mal weg. Dann werden wir hier drüben nochmal bauen. Limit erreicht. Du hältst dich immer noch an die Firma. Dabei könnte deine Stimme die Welt erschüttern. Ja, meine Stimme erschüttert sowieso die Welt. Weil ich eine sehr außergewöhnliche Stimme habe. Sagt meine Mutti immer. Und Mutti hat immer recht. Glaube ich zumindest. So. Das heißt, wir werden den hier einmal drehen. Dann können wir den nämlich hier hinsetzen. Dann können wir das hier einmal abreißen. So. Dann setzen wir den einmal da hin. Dass dieser Tipp aber auch so spät kommt, ne? Dass man da wieder dran erinnert wird. Limit erreicht. Dann können wir jetzt wieder noch ein paar andere Gebäude abreißen. Zum Beispiel den hier. Okay. Haben wir. Das haben wir alles gemacht. Die sind halt nicht so teuer im Unterhalt. Aber es reicht halt komplett aus. Um uns längerfristig auslocken zu können. Dann wollen wir das hier oben nochmal wegreißen. Nur die Spedition hier, die können wir halt nicht abreißen. Nur die Spedition hier drüben können wir nicht abreißen. Lass uns nochmal ein paar upgraden. Dann setzen wir das Haus hier nochmal nach oben. Ich hole mir nochmal mein Schiff ran. Damit wir das nicht suchen müssen. Jetzt überlege ich gerade, ob es vielleicht sinnvoller ist, wenn wir die hier einfach upgraden. Produktionsrate plus 150 Prozent. Mit noch einem Feld. Ich fand das damals so unübersichtlich. Und ich weiß auch immer noch warum. Ich weiß immer noch warum. So. Haben wir. Wir können es schaffen. Dann setzen wir die hier nach hinten raus. Jo. Okay. Also haben wir nochmal wieder ein paar Upgrades dafür holen können. Jetzt noch mit der Wartung. Aber die 10 Prozent, die sind dann auch egal. Da muss es eher über die großen Gebäude gehen. Transferrouten kosten 200. Unterhaltskosten sind halt da. Die sind halt explodiert. Die sind halt explodiert. Aber die Gebäude sehen schon schick aus. Das muss man sagen. Ich finde das Prinzip der Brücken auch gar nicht so schlecht. Auch das ist Geschmackssache. Aber ich mag es. Wer haben sie für die Beschützer. Das heißt wir gehen jetzt nochmal nachdem wir unsere Bilanz dann ins Positive gebracht haben. Gehen wir einmal wieder rüber. Müssen jetzt wieder einmal etwas länger laden. Weil wir nämlich da drüben echt viel haben. Das uns jetzt gerade eine Menge an Wartung kostet. Wirklich eine Menge an Wartung kostet. Und aber nicht betrieben wird durch uns. Weil uns 5000 fehlt. Aber dann machen wir es so. Dann werden wir hier abreißen. Damit wir das Geld zurückbekommen. Und wir uns erstmal darum kümmern können. Das Geld einzuspielen. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Dann gehen wir lieber diesen Weg hier entlang. Anstatt den hier oben. Und werden uns dann als nächstes hier drum kümmern. Gehen wir nochmal zurück auf die andere Insel. Da können wir uns auch nochmal ein bisschen Geld holen. Da legst du dich fest. Da legst du dich fest. Dann bleibst du erstmal eine halbe Stunde da drin normalerweise. Und holen wir uns dann hier. Machen wir mal kurz schauen. Die Baubots. Läuft eigentlich ganz gut mit den Baubots. Können wir uns jetzt... Eigentlich können wir hier kein Gebäude mehr abreißen. Doch, können wir. Wir können doch was von den Energiereserven abreißen. Zum Beispiel hier unten. Ursache fehlende Waren. Oder hier oben. Die sind nicht so teuer. Aber ein bisschen. Passt ja. Jetzt gehen wir erstmal, bevor wir hier die Energie wieder nach oben bringen, gehen wir erst einmal rüber. Auch wenn uns das jetzt nachhaltig ein paar Schäden geben wird. Die Gebäude waren zu teuer, die wir da gebaut haben. Das war das Problemchen. Aber haben wir ja gelöst bekommen. Das heißt, wir gehen dann einmal hier rüber zurück. Ich würde es auch so machen, weil jetzt natürlich hier der Großteil von den Leuten jetzt noch im Video drin ist. Die natürlich auch dann die restlichen Videos schauen. Falls ihr doch nochmal ein Anno 1800 Video sehen wollt. Dann würden wir aber meinen... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann würden wir aber meinen Spielstand nutzen. Den ich bereits habe. Dann schreibt mir das auch in die Kommentare unten. Wenn ihr den Anno 1800 Spielstand sehen wollt. Dann überlege ich mir, ob wir vielleicht nochmal ein Anno 1800 Video mit da rein. Wobei, wir haben viele Anno 1800 Videos eigentlich. Würde ich dann aber nochmal... Ist kein Versprechen. Würde ich dann nochmal überlegen. Das ist also die weiße Wüste. Weiß ist... Das ist die weiße Wüste. Absolut. Dosenfließband. 5.000. Also dieser Tipp hätte viel, 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 viel früher kommen müssen. Viel, viel früher. Dann jetzt nochmal hier hin rüber springen. Wir sitzen mit einer Arbeitskraft. 300 übrig. 300 im Plus. Junge, 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 junge. So, plus 44. Schauen wir uns jetzt den nächsten da raus. Leidet unter inadäquater Warenversorgung. Haben wir jetzt alle. Noch nicht ganz. Den da drüben müssen wir nochmal rausnehmen. Und den setzen wir uns dann hier hin. Jetzt haben wir alle. Jetzt haben wir alle raus. Jetzt haben wir alle raus. Könnten aber mal überlegen, ob wir vielleicht hier auch noch einen rausreißen wollen. Zum Beispiel den. Wah! Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Yay! Energiebilanz von... 1.000 Credits... Credit Bilanz von plus 1.000. Juhu! Haben wir geschafft! Herrlich! Dann können wir nämlich jetzt eigentlich... Gucken nochmal kurz. Wir können ja noch mehr davon bauen. Dann können wir nämlich auch den hier nochmal abreißen. Dann setze ich mir lieber die hier nochmal. Da oben dran. Das sollte jetzt, glaube ich, das Limit sein, ne? Sky is the limit! Ja. Das ist es auch. Und dann wollen wir hier bei dem nochmal ein klein wenig dran packen. Ja, ich bin vorsichtig vor dem Stau. Dann lassen wir hier plus 1.000 einmal rein... Äh, Orgeln. Der ist echt das Bessere. Dann haben wir jetzt auch das Bedürfnis wieder gefüllt. Okay. Die reißen wir hier auch nochmal ab. Genauso wie das hier. Und auch... Das hier oben. Und packen uns das da hin. Wahrscheinlich können wir von allen davon immer 4 machen, ne? Dann reißen wir das hier auch nochmal ab. Und werden dann mit dem hier nach unten gehen. Was haben wir denn hier? Drei Baubots. Plus. Bei den setzen wir da hin. Auch da haben wir dann jetzt damit wieder plus gemacht. Und dann können wir das, glaube ich, auch bei denen hier machen, ne? So, dass wir dann da oben auch nochmal diese Upgrades alle nutzen können. Äh, hier. Ja. Auch da passt es. Auch da passt es. Damit segelt jetzt das Geld viel besser rein. Boah, Jungs und Mädels. Jungs und Mädels. Es ist wirklich... Es war nicht feierlich. Aber es war notwendig. Es war nicht feierlich, aber es war notwendig. Äh, wir reißen das hier oben nochmal ab. Ich will gerne... Ich will gerne das, was hier ist. Würde ich nämlich gerne umändern. Würde ich gerne einmal hierhin packen. Dann würde ich den nämlich gerne einmal hier hinsetzen. Dann können wir direkt hier hochgehen. Dann können wir das andere wegreißen. Damit es nochmal ein kleines Stückchen schöner aussieht. Und davon können wir uns dann auch nochmal welche wegnehmen. Weil die kosten nämlich auch viel. Viel zu viel. Viel zu viel. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Dann können wir einmal hier hoch. Yo. Können wir noch irgendwo was verbessern? Ich bin gerade im Verbesserungsfieber. Wenn wir jetzt hier noch was verbessern können, bin ich voll und ganz dabei. Ich glaube, das da drüben können wir nochmal verbessern. Ah, diese Gebäudeverbesserung, ne? Fahne ich mir schon wieder so blöd bei vor. Und ich weiß jetzt schon, der erste wieder unten auf YouTube. Du bist ja auch blöd, jung. Hör mal, ich habe das damals mit fünf Jahren, da war ich schon 18. Ja. Glaub ich. I love YouTube. I love it. Nee, ich mag es wirklich. Ich habe echt Spaß da momentan an den Aufnahmen. Da macht ihr, liebe Leute, macht es mir wirklich leicht momentan. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel Spaß. Wir erreichen ja auch sehr, sehr viele Menschen. Nur damit ihr es mal gehört habt, weil wir jetzt gerade warten, wenn wir nämlich ein bisschen auf Geld, während ich hier Plus gedrückt habe. 350.000 Aufrufe pro Monat ist halt eine ganze, ganze, ganze Menge an Leuten, die wir erreicht haben. 350.000, müsst ihr euch mal vorstellen. Mit mehreren 10.000 einzelnen, ich glaube sogar fast 100.000 einzelnen Zuschauer. Es ist halt eine unfassbare Menge, vor allem mit Videos, die einfach nur mich beim Zocken zeigen. Quasi klassische Let's Plays, nur dass sie nicht in Folgen aufgeteilt sind, sondern ein bisschen neu gedacht, sodass ihr es euch selber einteilen könnt, mit Uncut-Videos, die über Stunden hinweg gehen. Videos, die über Stunden hinweg haben 10.000, 20.000 Aufrufe. Jo, Dankeschön, YouTube. So, befreien Sie Li-Sheng-Sensor-Drohne an Ihrem, befestigen Sie. Folgen Sie dem Drohnen-Signal und sammeln Sie Turbulenzen verursachen auf Hälsen. Bringen Sie die Fracht zu, wo kriege ich die denn her? Das hat mir jetzt aber wirklich keiner erklärt. Befestigen Sie die an Ihrem Kommandoschiff. Ja, aber wie mache ich das denn? Die an meinem Kommandoschiff befestigen. Befestigen Sie die an Ihrem Kommandoschiff. Das macht mich jetzt wild. Ups. Moment, ich bin ja im komplett falschen Bereich. Oh, Entschuldigung. Dann setzen wir einmal den da hin. Können wir den jetzt auch nochmal verbessern. Haben wir. Ich überlege gerade, kann man den noch quersetzen? Oh, quer würde auch passen. Vielleicht ein bisschen schöner. Nee, egal. Wir lassen das so. Ist jetzt auch nicht so wichtig, wie schön das dann hinterher aussieht. Wie befestigen wir denn die Kommandoschiff? Ohne da dran. Willkommen an Bord, mein Freund. Anfragen, Angebot. Ach, hier haben wir noch unseren Händler. Ja, manche Sachen, die lernt man dann auch nochmal hinterher so richtig kennen. Es gibt nichts Besseres, als einen Deal zu machen, dank dem man sich jahrelang den Bauch vollschlagen kann. Dabei fällt mir ein, dass ich gern wüsste, wofür Volodin das ganze Öl braucht. Die richtige Ware. Yo. Passt auch für mich. Ihr seht mal, wie viele Sachen ich hier das erste Mal freischalte. Sammelobjekt. Ich muss die doch aufsammeln. Ach, da ist sie. Die liegt direkt daneben. Alles klar. Gut, dann geht es natürlich noch ein bisschen fixer für uns. Dann geht es natürlich noch ein bisschen fixer. Wie viel liefert einer? Plus 25. Das heißt, wir können sogar einen wegnehmen. Und noch mehr Geld damit machen. Yeah, give me the money. Give me the money. Wobei, das mit dem Plus hat es natürlich auch, aber muss man halt die ganze Zeit gedrückt halten. Den schleppen wir dann hinterher. Okay, dann fliegen wir mal weiter hier. Wie viele muss ich denn einsammeln? Sieben. 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 Ich hoffe mal, die sind ja alle bei dem hier. Im Gange. Volle Kraft voraus. Also, denke ich mal, oder? Äh, wirkt mir aber nicht ganz so. Muss ich auch ehrlicherweise sagen. Also geht es jetzt mal hier hoch. Gehen jetzt also mal hier rüber. Ähm, vielleicht sind die doch noch da. Ziel erfüllt. Ah ja, klar. Erfolgreicher kann ich erkannt. Fracht eingesammelt. Dann haben wir jetzt aber sechs. Fracht eingesammelt. Beladen ab. Bestätigt. Bitte sag, hier ist noch ein Zip da. Roger. Bitte sag, hier ist noch ein Zip da. Verstanden. Äh, wir müssen tatsächlich da drüben nochmal hinfahren. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt in der Zeit einmal rüber. Und werden uns hier oben hinbegeben. Ne? Geladen. Und bauen uns dann jetzt hier nochmal ein klein wenig mehr auf. Und zwar wollen wir hier erstmal so eine Konservenfabrik nochmal dran zimmern. Setzen wir uns auch da hin. Dann können wir jetzt anfangen, hier drüben einmal unsere... Oh, und dann holen wir uns die Baustoffe hier raus. Kommen wir dann mal die Straße gebaut. Dann haben wir die auch gesetzt. Vitamin Drinks. Ist das nächste, was wir brauchen. Und die setzen wir dann da hin. Ein Gemeindezentrum. Also wir können die jetzt auch nicht so weit auseinander bauen. Ein Feld weiter rüber. Hier. Das reicht immer noch nicht. Uiuiuiuiuiui. Jojojojojo. Gucken wir nochmal, wenn wir hier rüber gehen. Und dann das Ding. Hier hinsetzen. Das sollte doch jetzt ausreichend sein. Dann können wir nämlich das hier enger beieinander packen. Und dann geht einmal hier oben die Straße lang. Und dann haben wir die Wärme nämlich mit dabei. Sehr gut. Jetzt haben wir die Versorgung. Ist immer noch bei Minus. Aus irgendeinem Grund. Also bauen wir uns nochmal hier die Fischzucht hin. Beziehungsweise die Konservenfabrik hin. Da sehen wir sogar, wie die Konserven da durchfahren. Ach, wie schön. Und wir wollen nochmal ein bisschen mehr Fisch holen hinterher. 3000 haben wir gerade nicht. Aber wie wir hier durchgeflutscht sind. Ist schon eine gute Leistung gewesen von uns. Ich bin hier ein bisschen stolz drauf. Hab ja gesagt, so schwierig ist es nicht hier in dem Spiel Geld zu machen. Man muss nur einmal kurz wissen, wo das Geld hinterher an den Bäumen hängt. Nur sobald man weiß, wo das Geld an den Bäumen hängt, kann man dann auch dementsprechend reingehen und direkt loslegen. Äh, ja. Ups, nee, da wollte ich nicht drauf. Da wollte ich nicht drauf. Ich wollte hier drauf bleiben. Bei den 3000. Mal beschleunigen. Mal da hinsetzen. Dass es größer wird. Und wir brauchen noch 5 Leute. Noch 5! 5! Dann setzen wir da noch mal einmal die hin. Dann setzen wir die noch einmal hier hin. Ich kann nicht wieder Fisch essen. Das habe ich vermisst. Ja gut. Ne? Wenn man sonst viele Probleme hat an so einem Ort, dann... Aber ist ja schön. Ne? Dann hat die Person ja was gefunden. Die Personalanforderungen für die Docks ihres Raumhafens sollten inzwischen erfüllt sein. Die Docks? Warum sollten wir denn Hunde am Raumhafen haben? Ha! Flach wird es abgedeckt. Sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt mal rüber und werden dann jetzt mal sagen... So, brauche ich das. Die kaum verheilte Wunde der Erde. Mal sehen, was passiert, wenn ich an ihr kratze. Warnung! Klimastabilisatoren-Netzwerk erzeugt Wetteranomalie. Nein! Böse Juris! Dramatische Wendungen. Erzielen Sie einen Sieg im Krisensektor, Mission, Konfliktzone... Oh, nee. Erreichen Sie die nächste Firmenstufe. Oder! Wir machen oder. Dafür brauchen wir Firmenstufe 6. Also, bei aller Liebe, wir werden nicht nochmal eine Mission, eine Echtzeitmission machen. Also, nee. Nee, nee. Zwingt mich nicht dazu. Bitte. Zwingt mich nicht dazu. Dann setzen wir uns hier drüben nochmal was hin. Ist ja gut. Wir haben das ja jetzt verstanden. Das können wir jetzt auch machen. Geothermale Turbine, damit wir hinterher Energie erzeugen können. Aber Energie haben wir sogar noch genug bei uns übrig. Der Raumhafen ist fertig. Zumindest die erste Stufe ist erstmal wieder fertig. Und dann müssen wir uns um die nächsten Stufen dabei kümmern. So. Ähm, aber um Ernesto mit euch zu sein, das ist ja aber auch, äh, diese auf Kampf fokussierten Sachen teilweise, sind schon ein bisschen nervig. Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen. Könntest du das vielleicht für mich, Herr Lady? Ach komm, wir machen die eben. Wir machen die eben. Wir gehen da jetzt eben rein. Wir füllen aber nur die Hauptmission. Also neben Mission ist mir gerade Schnurzpiegel egal. Wieso Dungeons sind, in denen man grinden muss? Jetzt wissen wir, dass das Wetter fürs Wetter verantwortlich ist. Ja! Ah, wo müssen wir denn jetzt hin? Dahin! Super. Ups, wir sind schon im Kampf. Ist er denn hier mit der Privatjagd? Benutzen sie 5 Mal Raketensperrfeuer. No, machen wir. Da kriegen wir hin. Volle Kraft voraus. 5 Mal Raketensperrfeuer kriegen wir hin. Irgendwie haben wir denen sehr viel Schaden auf einmal gemacht. Das, I like that one. Den haben wir jetzt auch erwischt. Und geknackt. Ebenfalls. Also diese Power-Ups, ne? Die machen mich komplett fertig, Leute. Die machen mich komplett fertig. Diese Power-Ups. Wenn ich die da rumfliegen sehe. Bei einem Anno. Es ist ja jetzt nicht so, als wenn ich da was gegen hätte bei Spielen. Aber in einem Anno, da muss man sich wirklich fragen, was sie damals geritten hat. Das ist ja aber auch echt. Oh. Hui. Heidewitzka. 20, 70 fand ich zum Beispiel gar kein schlechtes Anno. Um ehrlich zu sein, ne? Aber das hier ist halt nicht mal in Ahnung. In meiner Gefühlswelt. In meiner kleinen, verschränkten Gefühlswelt. Jetzt bin ich mal gespannt. Uaaaaah. GMP funktioniert auch bei GMP. Ungewöhnlich lange Spielzeit registriert. Pause empfohlen. Dankeschön. Spiel. Ich bin immer sehr angetan davon, dass ihr mir nochmal sagen wollt, hier, Ranger, das ist aber, was du da machst, ist jetzt vielleicht nicht so. Mir tut auch mein Böbis ein bisschen weh. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, der wird jetzt nicht gerade, ne? Weil er so lange drauf sitzt, dann, ja, egal. So, reparieren wir uns hier mal. Jawoll, Heldenshooter. Oh, ein U-Boot. Damit habe ich nicht gerechnet. Grünes Licht. So, Missionsziel. Das ist gut, wir gehen auf unser Missionsziel. Waffensysteme bereit. Wir haben deine Bewerb. Dann ist das ja, dass wir mehr als ein Gebäude haben, was. Oh Gott. Da bricht mir sogar meine Stimme bei. Ich habe euch gesagt, zwingt mich nicht dazu. Ich habe mich trotzdem gezwungen. Einfach durch eure bloße Anwesenheit habe ich mich gezwungen, diese Mission noch nochmal zu machen. Ich meine, können wir es auch beschleunigen. Tschüss, tschüss, tschüss. Kampfstationen. Einmal hierüberfahren. Das lässt sich wieder aufbauen. Ja, natürlich. Lässt sich alles machen. Nuklearrakete. Volle Kraft voraus. Dankeschön. Roger. Und dann schließen wir da drauf. Yay! Ja! Ich bin sehr knallhart. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. So knallhart bin ich. Der sieht gut aus. Ich muss zugeben, ich habe sie falsch eingeschätzt. Ja, ich auch. Aber seien Sie versichert, wir werden Ihre Unternehmungen unterstützen. Das freut mich. Und ich bin sicher, wir haben Sie nicht zum letzten Mal gesehen. Aber die Global Union wird nicht auf Drakes Forderung eingehen. Das Mond-Lizensierungsprogramm muss weitergehen. Ja, wen haben wir denn jetzt hier? Die Konferenz. Wir werden über das Schicksal der Weltwirtschaft entschieden. Diese Prozesse kannst du beeinflussen. Es hängt davon ab, wen du unterstützt. Ich werde hier und da ein paar Empfehlungen geben. Die Konferenzwahl enden am 31.01.11.31 Uhr. Spielen das wirklich nur so viele, dass sich die Konferenzwahl noch lohnt, um dafür einen Server zu betreiben? Ich meine ja nur. Ich habe ja nur Fragen. Sie können Untertitel für alle gesprochenen Texte einschalten. Das zeigen die jetzt. Nach zwei Stunden Spielzeit zeigen die. Sie können übrigens auch Untertitel-Texte einschalten. Ich habe gar nicht verstanden, was hier die ganze Zeit abgeht. Aber danke schön dafür. So, beenden Sie das. Das beenden wir dann auch. Das heißt, einmal ein Upgrade durchführen. Warum geht die Zeit nicht runter? Und um das zu ermöglichen, müssen wir eine flotte Kolonie-Shuttles hochschicken. Es ist an der Zeit für die Erforschung von Raumfahrt-Technologie. Wir erforschen Raumfahrt-Technologie. Definitiv. Lassen Sie das mal hier. Das ist der Upgrade schon fertig. Wenig Vitaminen dringst du? Das tut mir leid. Öffnen Sie die strategische Karte. Erstellen Sie eine Transferroute. Das heißt, wir sollen die Transferroute, die jetzt gerade... Ach nee, wir können eine neue erstellen. Das heißt, von dort aus... Das geht nicht. Also, wir müssen erstmal die hier auf... Routenübersicht. Wir müssen erstmal die hier beenden. Beenden. Ja. Transferroute. Von... Mit... Mit Vitamindrinks. Von hier. Nach dort. Das war so. Bestätigt. Den ganzen Tag lang diesen kalten Temperaturen ausgesetzt zu sein. Ihr Arktis-Personal wird die Extraportion Vitamine zu schätzen müssen. Aber sowas von. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das Schiff fährt nicht weiter, wenn man nicht in der Region ist. Leck mich ab, Zückerli. Ist das bescheuert? Verzeih mir meinen emotionalen Gefühlsausbruch. Mein Gott. Ranger, wir wissen ja gar nicht mehr, wer du bist. Dieser emotionale Vulkan, der gerade aus dir hochgeschossen ist. Hei, 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 Ranger, ich weiß nicht, ob wir das noch so zusammen hier durchführen können. Wenn ich mir... Muss ich ehrlich sein, Ranger? Ach ja. Unterversorgung. Natürlich. Natürlich haben wir gerade eine Unterversorgung. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier rüber. Dann geht es einmal hier weiter. Los, Sonde, agiere. Hier ist nichts. Bitte lass auf der anderen Seite übrigens was sein. Nee. Verstanden. Gut, dann lassen wir das erstmal aus und vor. Wir gehen dann wieder in die Arctis zurück. Naja. Wisst ihr was, liebe Leute? Ich meine, wir haben uns ja jetzt Anno 2205 angeguckt. Ich glaube, ich ziehe jetzt hier einfach einen Strich hinter. Eine Linie hinter. Weil ich bin weiterhin der Meinung, das hier ist kein Anno. Es ist ein Spiel, das macht schon Spaß auf gewisse Art und Weise. Aber es ist halt so eine 74 für mich. Ja, wenn man nach so einem GameStar-Rating geht von 100 Punkten. Es ist ein Aufbauspiel, das man auf jeden Fall so servieren kann. Es ist ein gut durchschnittliches Aufbauspiel. Aber es bleibt für mich einfach weiterhin kein Anno. Diese Bilanz-Rum-Geschieberei, die wir hier drin haben, die ist in anderen Anno-Titeln noch charmant verpackt. Sei es jetzt über die Markthäuser oder jetzt auch einfach dadurch, dass wir Marktplätze oder Dorfzentren irgendwo hinbauen. Aber hier dieses, und ich habe doch am meisten noch Marktplätze und Dorfhäuser kritisiert. Aber hier ist es einfach, weiß ich nicht. Es fehlt diese persönliche Ebene. Es ist einfach, hier hast du eine Insel und jetzt fang mal an, die vollzubauen. Diese Insel gibt es immer wieder. Das ist die, die du jetzt vollbauen wirst mit so einem riesengroßen, nicht mal Kontor dabei. Ich glaube, alleine der Handel, dass die Schiffe über die Karte hin und her fahren, die auch wirklich Handel betreiben, das fehlt mir irgendwie so enorm. Dadurch ist es halt für mich einfach, das ist kein Anno. Auch diese Kampfmission, die Kampfmission finde ich furchtbar schrecklich. Ich glaube, das hat man jetzt häufig genug gemerkt, aber ich muss es trotzdem betonen, die Kampfmissionen sind so furchtbar, als gekonnt und nicht gewollt. Also da habe ich lieber den Kampf ganz normal auf der Karte, ohne ein Missionsziel zu haben, bei dem es heißt, so, du musst jetzt hier durchkämpfen, um dann die notwendige Ressource zu bekommen, die du dann nutzen kannst, um dann dein Gebäude zu upgraden. Naja, viele verschiedene Punkte, nichtsdestotrotz. Ich hoffe, es hat euch einen Gefallen. Ich hoffe, dieser Einblick hat euch gefallen. Und das war es dann mit der Anno-Reihe in der Reihe Zeitlos Gute Games von gestern. Wir haben uns alle acht, also sieben Anno-Titel angeschaut. Das war jetzt der letzte des ganzen Verbundes. Und dann gucken wir uns als nächstes die Siedler an. Die Siedler 1 bis die Siedler Neuer Allianzen, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Welches Spiel es danach sein wird, das werden wir so zur Hälfte von den Siedlern abstimmen. Schaut deswegen immer wieder gerne in den Community-Tab hier auf YouTube vorbei. Da werde ich die Umfrage dann jeweils starten. Ich denke mal beim nächsten Mal, ich will es noch nicht versprechen, aber wir werden so in die Richtung gehen, drei Spiele zur Abstimmung. Heroes of Might and Magic die Reihe, Civilization-Reihe oder Common and Conquer-Reihe. Das wird das sein, was wir nach die Siedler in Blick nehmen werden. Dass wir dann zwei Aufbaureihen hatten nacheinander und dann gucken wir mal, wo es uns danach hinverschlagen wird. Ich denke, das ist ganz fair. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder im nächsten Video. Spätestens morgen, vielleicht sonst nächste Woche. Macht's gut.